Das erste Buch der Könige Kapitel 1 Als aber der König David alt und hoch betagt war, konnte er nicht warm werden, obgleich man ihn mit Kleidern bedeckte. Da sprachen seine Knechte zu ihm, Man sollte unserem Herrn dem König ein Mädchen suchen, eine Jungfrau, und sie soll vor dem König stehen und ihn pflegen und in seinen Armen schlafen, damit unserem Herrn dem König warm wird. Und sie suchten ein schönes Mädchen im ganzen Gebiet von Israel, und sie fanden Abishak die Schunemiterin, die brachten sie zum König. Sie war aber ein sehr schönes Mädchen, und sie pflegte den König und diente ihm, aber der König hatte keinen ehelichen Umgang mit ihr. Adonia aber, der Sohn der Haggit, erhob sich und sprach, ich will König werden, und er verschaffte sich Wagen und Reiter und fünfzig Mann, die vor ihm herliefen. Aber sein Vater hatte ihn nie betrübt, Zeit seines Lebens, so daß er gesagt hätte, warum tust du so etwas? Auch war er sehr schön von Gestalt, und seine Mutter hatte ihn nach Absalom geboren. Und er traf Absprachen mit Joab, dem Sohn der Zeruja, und mit Abjatar, dem Priester, die unterstützten Adonia. Aber der Priester Zadok und Benaja, der Sohn Jojadas, und der Prophet Nathan, und Simei und Rehi und die Helden Davids hielten nicht zu Adonia. Und als Adonia Schafe und Rinder und Mastvieh opferte bei dem Stein Sochelet, der neben der Quelle Rogel liegt, lud er alle seine Brüder ein, die Söhne des Königs, und alle Männer Judas, die Knechte des Königs. Aber den Propheten Nathan und Benaja und die Helden und seinen Bruder Salomo lud er nicht ein. Da sprach Nathan zu Bad Seba, der Mutter Salomos, Hast du nicht gehört, daß Adonia, der Sohn der Haggit, König geworden ist, ohne daß David, unser Herr, etwas davon weiß? Komm nun, ich will dir doch einen Rat geben, damit du dein Leben und das Leben deines Sohnes Salomo rettest. Komm und geh hinein zum König David und sprich zu ihm, Hast du, mein Herr und König, nicht deiner Magd geschworen und gesagt, Dein Sohn Salomo soll König sein nach mir, und er soll auf meinem Thron sitzen? Warum ist dann Adonia König geworden? Siehe, während du noch dort bist und mit dem König redest, will ich nach dir hineinkommen und deine Worte bestätigen. Da ging Bad Seba zum König in die Kammer hinein. Der König aber war sehr alt, und Abishak, die Schunemiterin, diente dem König. Und Bad Seba neigte und verbeugte sich vor dem König, der König aber sprach, was willst du? Sie sprach zu ihm, Mein Herr, du hast deiner Magd bei dem Herrn, deinem Gott, geschworen, dein Sohn Salomo soll König sein nach mir, und er soll auf meinem Thron sitzen. Nun aber, siehe, ist Adonia König geworden, und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Er hat Stiere und Mastvieh und viele Schafe geopfert und hat alle Söhne des Königs eingeladen, dazu Abjatar, den Priester, und Joab, den Heerführer, aber deinen Knecht Salomo hat er nicht eingeladen. Du bist es aber, mein Herr und König, auf den die Augen von ganz Israel sehen, daß du ihnen verkündest, wer nach meinem Herrn und König auf seinem Thron sitzen soll. Und es wird geschehen, wenn mein Herr und König bei seinen Vätern liegt, so werden ich und mein Sohn Salomo es büßen müssen. Während sie noch mit dem König redete, siehe, da kam der Prophet Nathan. Da meldete man dem König und sprach, siehe, der Prophet Nathan ist da. Und als er vor den König hineinkam, verneigte er sich vor dem König mit dem Angesicht zur Erde. Und Nathan sprach, mein Herr und König, hast du gesagt, Adonia soll nach mir König sein, und er soll auf meinem Thron sitzen? Denn er ist heute hinabgegangen und hat Stiere und Mastvieh und viele Schafe geopfert, und hat alle Söhne des Königs eingeladen und die Heerführer, dazu den Priester Abjatar. Und siehe, sie essen und trinken vor ihm und sagen, es lebe der König Adonia. Aber mich, deinen Knecht, und Zadok, den Priester, und Benaja, den Sohn Jojadas, und deinen Knecht Salomo, hat er nicht eingeladen. Ist das alles von meinem Herrn, dem König, befohlen worden? Und hast du deinen Knecht nicht wissen lassen, wer auf dem Thron meines Herrn, des Königs, nach ihm sitzen soll? Der König David antwortete und sprach, ruft mir Batzeba. Und sie kam hinein vor den König, und als sie vor dem König stand, da schwor der König und sprach, so war der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat. Ich will heute so handeln, wie ich es dir bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen habe, indem ich sprach, Salomo, dein Sohn soll König nach mir sein, und er soll an meiner Stelle auf meinem Thron sitzen. Da verneigte sich Batzeba mit ihrem Angesicht zur Erde und warf sich vor dem König nieder und sprach, mein Herr, der König David, lebe ewiglich. Und der König David sprach, ruft mir den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas. Und als sie vor den König hineinkamen, da sprach der König zu ihnen, nehmt die Knechte eures Herrn mit euch und setzt meinen Sohn Salomo auf mein Maultier und führt ihn hinab zur Gihon-Quelle. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salden und stoßt in das Schofarhorn und ruft, es lebe der König Salomo. Und zieht hinter ihm herauf, und er soll kommen und auf meinem Thron sitzen und König sein an meiner Stelle, denn ich habe ihn dazu bestimmt, daß er Fürst über Israel und Judah sein soll. Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sprach, Amen, so spreche auch der Herr, der Gott meines Herrn, des Königs. Wie der Herr mit meinem Herrn, dem König gewesen ist, so sei er auch mit Salomo, und er mache seinen Thron noch größer als den Thron meines Herrn, des Königs David. Da gingen der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas, und die Kreter und Pleter hinab und setzten Salomo auf das Maultier des Königs David und führten ihn zur Gihornquelle. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo. Und sie stießen in das Schofarhorn und das ganze Volk rief, es lebe der König Salomo. Und das ganze Volk zog hinter ihm herauf, und das Volk blies auf Flöten und war sehr fröhlich, so daß die Erde von ihrem Geschrei erzitterte. Adonia aber hörte es samt allen Gästen, die bei ihm waren, als sie eben das Mahl beendigt hatten. Als aber Joab den Schall des Schofahornes hörte, sprach er, was soll das Geschrei und der Tumult in der Stadt? Während er aber noch redete, siehe, da kam Jonathan, der Sohn des Priesters Abjatar. Und Adonia sprach, komm herein, du bist ein tüchtiger Mann und bringst gewiß gute Botschaft. Jonathan aber antwortete und sprach zu Adonia, Fürwahr, unser Herr, der König David, hat Salomo zum König gemacht. Und der König hat den Priester Zadok mit ihm gesandt und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas und die Kreter und Pleter, und sie haben ihn auf das Maultier des Königs gesetzt. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan haben ihn zum König gesalbt bei der Gihon-Quelle, und sie sind mit Freuden von dort heraufgezogen, so daß die ganze Stadt in Bewegung ist. Das ist das Geschrei, das ihr gehört habt. Dazu hat sich Salomo auf den königlichen Thron gesetzt. Und auch die Knechte des Königs sind hineingegangen, um unserem Herrn, dem König David, Glück zu wünschen. Und sie haben gesagt, dein Gott mache den Namen Salomos noch herrlicher als deinen Namen und mache seinen Thron noch größer als deinen Thron. Und der König hat auf seinem Lager angebetet. Und außerdem hat der König so gesprochen, gelobt sei der Herr der Gott Israels, der mir heute einen Thronerben gegeben hat vor meinen Augen. Da erschraken die Gäste, die bei Adonia waren, und sie brachen auf und gingen jeder seines Weges. Adonia aber fürchtete sich vor Salomo und machte sich auf, ging hin und ergriff die Hörner des Altars. Das meldete man Salomo und sprach, siehe, Adonia fürchtet den König Salomo und siehe, er hält sich an den Hörnern des Altars und spricht, der König Salomo schwöre mir heute, daß er seinen Knecht nicht mit dem Schwert töten wolle. Und Salomo sprach, wenn er sich als rechtschaffender Mann erweist, so soll kein Haar von ihm auf die Erde fallen, wenn aber Böses an ihm gefunden wird, so muß er sterben. Und der König Salomo sandte hin und ließ ihn vom Altar herabholen. Und als er kam, fiel er vor dem König Salomo nieder. Salomo aber sprach zu ihm, geh hin in dein Haus. Kapitel 2 Als nun die Zeit kam, daß David sterben sollte, gebot er seinem Sohn Salomo und sprach, ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei nun stark und sei ein Mann und befolge die Anordnungen des Herrn, deines Gottes, daß du in seinen Wegen wandelst, seine Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. Damit der Herr sein Wort bestätigt, daß er über mich geredet hat, indem er sagte, wenn deine Söhne auf ihre Wege achten, daß sie in Wahrheit vor mir wandeln, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, so soll es dir niemals, sprach er, an einem Mann fehlen auf dem Thron Israels. Du weißt aber auch, was mir Joab, der Sohn der Zeruja, getan hat, wie er an den beiden Heerführern Israels, an Abner, dem Sohn Niers, und an Amasa, dem Sohn Jethas, gehandelt hat, wie er sie umgebracht und so Kriegsblut mitten im Frieden vergossen und Kriegsblut an seinen Gürtel gebracht hat, der um seine Lenden war, und an seine Schuhe, die an seinen Füßen waren. So handle nun nach deiner Weisheit und laß seine grauen Haare nicht in Frieden ins Totenreich fahren. Aber den Söhnen Barzillais, des Gileaditers, sollst du Güte erweisen, und sie sollen unter denen sein, die an deinem Tisch essen, denn ebenso hielten sie sich zu mir, als ich vor deinem Bruder Absalom floh. Und siehe, du hast bei dir Simei, den Sohn Geras, den Benjaminiter von Bachurim, der mir bitter und schändlich fluchte zu der Zeit, als ich nach Mahanaim ging. Als er aber dann an den Jordan herab mir entgegenkam, da schwor ich ihm bei dem Herrn und sprach, ich will dich nicht mit dem Schwert töten. Nun aber laß du ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst wohl wissen, was du ihm tun sollst, damit du seine grauen Haare mit Blut ins Totenreich hinunterbringst. Und David legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Die Zeit aber, die David über Israel regierte, betrug vierzig Jahre. Sieben Jahre lang war er König in Hebron und dreihunddreißig Jahre lang in Jerusalem. Und Salomo saß auf dem Thron seines Vaters David und sein Königtum war fest gegründet. Adonia aber, der Sohn der Haggit, kam hinein zu Batzeba, der Mutter Salomos, und sie sprach, kommst du auch in Frieden? Er sprach, ja, in Frieden. Und er sagte, ich habe mit dir zu reden. Sie erwiderte, rede. Und er sprach, du weißt, daß das Königtum mir zukam und daß ganz Israel sein Angesicht auf mich gerichtet hatte, daß ich König sein sollte. Nun aber ist mir das Königtum entgangen und meinem Bruder zugefallen, denn es war ihm vom Herrn bestimmt. Nun habe ich eine einzige Bitte an dich, weise mich nicht ab. Sie sprach zu ihm, rede. Und er sagte, sprich doch mit dem König Salomo, denn dich wird er nicht abweisen, daß er mir Abishak die Schunemiterin zur Frau gibt. Und Batzeba sprach, gut, ich will deinetwegen mit dem König reden. So kam Batzeba hinein zum König Salomo, um mit ihm zu reden, wegen Adonia. Und der König stand auf und ging ihr entgegen und verneigte sich vor ihr und setzte sich auf seinen Thron. Und auch für die Mutter des Königs wurde ein Thron hingestellt und sie setzte sich zu seiner Rechten. Und sie sprach, ich habe eine kleine Bitte an dich, weise mich nicht ab. Der König sprach zu ihr, bitte, meine Mutter, denn dich werde ich nicht abweisen. Sie sprach, man gebe Abishak die Schunemiterin deinem Bruder Adonia zur Frau. Da antwortete der König Salomo und sprach zu seiner Mutter, und warum bittest du für Adonia um Abishak die Schunemiterin? Bitte für ihn auch um das Königreich, denn er ist mein älterer Bruder, sowohl für ihn als auch für Abjadar den Priester und für Joab den Sohn der Zeruja. Und der König Salomo schwor bei dem Herrn und sprach, Gott tue mir dies und das, dieses Wort soll Adonia das Leben kosten. Und nun, so war der Herr lebt, der mich bestätigt und mich auf den Thron meines Vaters David gesetzt und mir ein Haus bereitet hat, wie er gesagt hat, heute noch soll Adonia sterben. Und der König Salomo sandte Benaja den Sohn Jojadas, der stieß ihn nieder, so daß er starb. Und zu dem Priester Abjadar sprach der König, geh hin nach Anathoth auf deine Felder, denn du bist ein Mann des Todes. Aber ich will dich heute nicht töten, weil du die Lade Gottes des Herrn getragen hast vor meinem Vater David und alles mitgelitten hast, was mein Vater gelitten hat. So verstieß Salomo den Abjadar, daß er nicht mehr Priester des Herrn sein durfte, wodurch das Wort des Herrn erfüllt wurde, daß er in Silo über das Haus Elis geredet hatte. Und das Gerücht davon kam vor Joab, denn Joab hatte zu Adonia gehalten, während er nicht zu Absalom gehalten hatte. Da floh Joab in das Zelt des Herrn und ergriff die Hörner des Altars. Und es wurde dem König Salomo berichtet, Joab ist zum Zelt des Herrn geflohen und siehe, er steht am Altar. Da sandte Salomo Benaja den Sohn Jojadas und sprach, geh, erschlage ihn. Als nun Benaja zum Zelt des Herrn kam, sprach er zu ihm, so spricht der König, geh hinaus. Er sprach, nein, sondern hier will ich sterben. Und Benaja brachte dem König Bescheid und sprach, so hat Joab gesprochen und so hat er mir geantwortet. Der König sprach zu ihm, mache es so, wie er gesagt hat, erschlage ihn und begrabe ihn, damit du das Blut, das Joab ohne Grund vergossen hat, von mir und dem Haus meines Vaters hinweg nimmst. Und der Herr lasse sein Blut auf seinen eigenen Kopf kommen, weil er zwei Männer erschlagen hat, die gerechter und besser waren als er und sie mit dem Schwert umgebracht hat, ohne daß mein Vater David etwas davon wußte, nämlich Abner, den Sohn Nias, den Heerführer Israels, und Amasa, den Sohn Jetas, den Heerführer Judas. Ihr Blut komme auf Joabs Kopf und auf den Kopf seines Samens ewiglich. David aber und sein Same, sein Haus und sein Thron sollen ewiglich Frieden von dem Herrn haben. Da ging Benaja, der Sohn Jojadas, hinauf und stieß ihn nieder und tötete ihn, und er wurde in seinem Haus begraben in der Wüste. Da setzte der König Benaja, den Sohn Jojadas, an seiner Stelle über das Heer, den Priester Zadok aber setzte der König an die Stelle Abiatars. Und der König sandte hin und ließ Simei rufen und sprach zu ihm, Baue dir ein Haus in Jerusalem und wohne dort und geh nicht von dort hinaus, weder hierhin noch dorthin. An dem Tag, an dem du hinausgehen und den Bach Kidron überschreiten wirst, sollst du wissen, daß du gewiß sterben mußt, dein Blut sei auf deinem Kopf. Da sprach Simei zum König, Das Wort ist gut, so wie es mein Herr der König gesagt hat, so wird dein Knecht es machen. So wohnte Simei lange Zeit in Jerusalem. Es geschah aber nach drei Jahren, daß dem Simei zwei Knechte davonliefen, zu Achis, dem Sohn Maachas, dem König von Gat. Und es wurde Simei gemeldet, siehe, deine Knechte sind in Gat. Da machte sich Simei auf und sattelte seinen Esel und ritt nach Gat zu Achis, um seine Knechte zu suchen. Und Simei kam wieder und brachte seine Knechte von Gat zurück. Und es wurde dem Salomo gemeldet, daß Simei von Jerusalem nach Gat gegangen und wieder gekommen sei. Da sandte der König hin und ließ Simei rufen und sprach zu ihm, Habe ich von dir nicht einen Eid genommen bei dem Herrn und dir bezeugt und gesagt, an dem Tag, an dem du ausziehen und hierhin oder dorthin gehen wirst, sollst du wissen, daß du unbedingt sterben musst? Und du hast zu mir gesagt, das Wort ist gut, ich habe es gehört. Warum hast du dich denn nicht gehalten an den Eid, den du bei dem Herrn geschworen hast und an das Gebot, das ich dir gegeben habe? Und der König sprach zu Simei, du weißt um all das Böse, das du meinem Vater David zugefügt hast, dein Herz ist sich dessen bewusst, so wird nun der Herr deine Bosheit auf deinen eigenen Kopf kommen lassen. Aber der König Salomo wird gesegnet sein und der Thron Davids wird feststehen vor dem Herrn ewiglich und der König gebot Benaja dem Sohn Jojadas, der ging hinaus und stieß ihn nieder, daß er starb. Und die Königsherrschaft wurde gefestigt in der Hand Salomos. Kapitel 3 Und Salomo verschwägerte sich mit dem Pharao, dem König von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao zur Frau und brachte sie in die Stadt Davids, bis er sein Haus und das Haus des Herrn und die Mauern um Jerusalem her fertig gebaut hatte. Nur opferte das Volk noch auf den Höhen, denn dem Namen des Herrn war noch kein Haus gebaut worden bis zu jener Zeit. Salomo aber liebte den Herrn, so daß er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte, nur brachte er Schlachtopfer und Räucheropfer auf den Höhen dar. Und der König ging nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte eintausend Brandopfer auf jenem Altar. In Gibeon erschien der Herr dem Salomo bei Nacht im Traum, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Und Salomo sprach, du hast deinem Knecht meinem Vater David große Gnade erwiesen, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen dir gegenüber. Und du hast ihm diese große Gnade bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzt, wie es an diesem Tag offenbar ist. Weil du nun, O Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast anstelle meines Vaters David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß, und weil dein Knecht mitten unter deinem Volk ist, das du erwählt hast, einem Volk, das so groß ist, dass es vor Menge niemand zählen noch berechnen kann, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist, denn wer kann dieses dein großes Volk richten? Und es war dem Herrn wohlgefällig, daß Salomo um dies bat, und Gott sprach zu ihm, weil du um dies bittest und nicht um langes Leben und um Reichtum und um den Tod deiner Feinde bittest, sondern um Einsicht zum Verständnis des Rechts. Siehe, so habe ich nach deinen Worten gehandelt. Siehe, ich habe dir ein weises und verständiges Herz gegeben, daß deines gleichen vor dir nicht gewesen ist und deines gleichen auch nach dir nicht aufkommen wird. Dazu habe ich dir auch gegeben, was du nicht erbeten hast, Reichtum und Ehre, so daß deines gleichen nicht meinen Wegen wandeln wirst, daß du meine Satzungen und Gebote befolgst, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Und als Salomo erwachte, siehe, da war es ein Traum. Als er nun nach Jerusalem kam, trat er vor die Bundeslade des Herrn und opferte Brandopfer und Friedensopfer und veranstaltete ein Mahl für alle seine Knechte. Zu jener Zeit kamen zwei Huren zum König und traten vor ihn. Und die eine Frau sprach, ach mein Herr, ich und diese Frau wohnten in dem selben Haus und ich gebar bei ihr im Haus. Und es geschah drei Tage, nachdem ich geboren hatte, gebar sie auch. Und wir waren beieinander und kein Fremder war mit uns im Haus, nur wir beide waren im Haus. von meiner Seite als deine Magd schlief und legte ihn in ihre Arme und ihren toten Sohn legte sie in meine Arme. Und als ich am Morgen aufstand, um meinen Sohn zu stillen, siehe, da war er tot. Und ich betrachtete ihn am Morgen genau und siehe, es war nicht mein Sohn, den ich König sprach diese spricht der Sohn der lebt ist mein Sohn und dein Sohn ist tot jene spricht nein dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Da sprach der König bringt mir ein Schwert und man brachte das Schwert vor den König. Da sprach der König zerschneidet das lebendige Kind in zwei Teile und gebt dieser die eine Hälfte und jener die andere Erbarmen über ihren Sohn regte sich in ihr und sagte bitte mein Herr gebt ihr das lebendige Kind und tötet es nur nicht jene aber sprach es soll weder mir noch dir gehören teilt es da antwortete der König und sprach gebt dieser das lebendige Kind und tötet es ja nicht sie ist seine Mutter als nun ganz Israel hörte was für ein Urteil der König um Recht zu schaffen und der König Salomo regierte über ganz Israel und dies waren seine obersten Beamten Asaria der Sohn des Priesters Zadok Eli Horef und Achia die beiden Söhne Sisas waren Schreiber Josaphat der Sohn Achiluz war Kanzleischreiber und Benaiah der Sohn Jojadas war Hierführer Zadok aber und Abjatar waren Priester Asaria der Sohn Natans war über die Aufseher gesetzt Sabut der Sohn Natans war Minister der Freund des Königs Achisar war über das Haus gesetzt und Adoniram der Sohn Abdas über die Frohn Arbeit und Salomo hatte zwölf Aufseher über ganz Israel die den König und sein Haus mit Speise versorgten je einen Monat im Jahr war jeder mit der Versorgung beauftragt und dies sind ihre Namen der Sohn Hurs auf dem Bergland Ephraim der Sohn Dekers in Makatz und in Saalbim und in Bet Shemesh und in Elon Bet Hanan der Sohn Hesetz in Arubot über Socho und das ganze Land Hefer Der Sohn Abinadabs über ganz Naphet Dor dieser hatte Tafat eine Tochter Salomos zur Frau Baana der Sohn Achiluz in Taanach und Megiddo und über das ganze Bet Shean das neben Zartan unterhalb von Jesreel liegt von Bet Shean bis nach Abelmechola bis jenseits von Jokmerm Der Sohn Gebers in Ramoth in Gilead der hatte die Dörfer Jairs des Sohnes Manasses in Gilead und das Gebiet von Argob das in Barshan liegt sechzig große Städte mit Mauern und ehernen Riegeln geschützt Achinadab der Sohn Idos in Mahanayim Achimaatz in Naftali Auch er nahm sich eine Tochter Salomos Basmat zur Frau Baana der Sohn Husais in Asser und Bealoth Josaphat der Sohn Paruas in Issachar Simei der Sohn Elas in Benjamin Geber der Sohn Ur Ries im Land Gilead im Land Sihons des Königs der Amoriter und Ochs des Königs von Bashan Nur ein Aufseher war in diesem Land Aber Judah und Israel waren zahlreich wie der Sand am Meer Sie aßen und tranken und waren fröhlich Kapitel 5 So war Salomo Herrscher über alle Königreiche vom Euphratstrom bis zum Philisterland und bis an die Grenze Ägyptens Sie brachten ihm Abgaben und dienten ihm sein Leben lang Salomo aber brauchte zum Unterhalt täglich dreißig Kor Feinmehl und sechzig Kor anderes Mehl Zehn Zehn gemästete Rinder und zwanzig Weiderinder und einhundert Schafe außer den Hirschen und Gazellen und Dammhirschen und dem gemästeten Geflügel Denn er herrschte im ganzen Land diesseits des Euphratstromes von Tifsach bis nach Gaza über alle Könige diesseits des Stromes und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsum und Judah und Israel wohnten sicher jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum von dann bis Beersheba solange Salomo liebte und Salomo hatte vierzigtausend Stallplätze für die Pferde seiner Streitwagen und zwölftausend Reiter und jene Aufseher versorgten den König Salomo und alle die zum Tisch des Königs Salomo kamen mit Speise jeder in seinem Monat sie ließen es an nichts mangeln auch die Gerste und das Stroh für die Kampf Pferde und die Wagen Pferde brachten sie an den Ort wo es nötig war jeder nach seiner Ordnung und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens wie der Sand der am Meeresufer liegt und die Weisheit Salomos war größer als die Weisheit aller Söhne des Ostens und als alle Weisheit der Ägypter ja er war weiser als alle Menschen auch weiser als Ethan der Esrachiter und Heman und Kalkol und Darda die Söhne Machrols und er wurde berühmt unter allen Völkern ringsum und er redete dreitausend Sprüche und die Zahl seiner Lieder war eintausend und fünf er redete auch von den Bäumen von der Zeder auf dem Libanon bis zum Üsop der aus der Mauer wächst auch redete er vom Vieh von den Vögeln vom Gewürm und von den Fischen und sie kamen aus allen Völkern um Salomos Weisheit zu hören von allen Königen auf Erden die von seiner Weisheit gehört hatten und Hiram der König von Tyrus sandte seine Knechte zu Salomo denn er hatte gehört daß man ihn anstelle seines Vaters und Salomo sandte zu Hiram und ließ ihm sagen du weißt daß mein Vater David dem Namen des Herrn seines Gottes kein Haus bauen konnte wegen der Kriege in die seine Feinde ihn verwickelten bis der Herr sie unter seine Fußsohlen legte nun aber hat mir der Herr mein Gott rings um Ruhe verschafft so daß kein Widersacher noch ein bösartiger Angriff mehr zu erwarten ist geredet hat indem er sprach dein Sohn den ich an deiner Stelle auf den Thron setzen werde der soll meinem Namen ein Haus bauen so gebiete nun daß man mir zedern vom Libanon haut und meine Knechte sollen mit deinen Knechten sein und den Lohn deiner Knechte will ich dir geben so viel du verlangst denn dir ist bekannt daß niemand unter uns ist der Holz zu hauen versteht wie die Zidonier als nun Hiram die Worte Salomos hörte da freute er sich sehr und sprach der Herr sei heute gelobt der David einen weisen Sohn gegeben hat über dieses große Volk und Hiram sandte zu Salomo und ließ ihm sagen ich habe die Botschaft gehört die du mir gesandt hast ich will nach all deinem begehren handeln betreffst des Zedern und Zipressenholzes meine Knechte sollen die Stämme vom Libanon an das Meer hinab bringen darauf will ich sie als Flöße auf dem Meer bis an den Ort bringen den du mir angeben wirst und ich will sie wieder zerlegen lassen und du sollst sie holen lassen aber du sollst auch mein Begehren erfüllen und mir geben was mein Haus an Speise braucht so gab Hiram dem Salomo Zedern und Zypressenholz nach all seinem Begehren Salomo aber gab dem Hiram 20.000 Kor Weizen zur Speise für sein Haus und 20.000 Kor feines Olivenöl dies gab Salomo dem Hiram alljährlich und der Herr gab Salomo Weisheit wie er ihm verheißen hatte und es war Friede zwischen Hiram und Salomo und die beiden machten einen Bund miteinander der König aus ganz Israel und die Zahl der Fronarbeiter betrug 30.000 Mann und er sandte sie abwechselnd auf den Libanon jeden Monat 10.000 Mann so daß sie einen Monat auf dem Libanon waren und zwei Monate daheim und Adoniram war über die Fronarbeiter gesetzt und Salomo hatte 70.000 Lastträger und 80.000 Steinhauer im Gebirge ohne die Oberaufseher Salomos die über das Werk gesetzt waren nämlich 3.300 die über das Volk das am Werk arbeitete zu gebieten hatten und der König gebot und sie brachen große Steine aus kostbare Steine um den Grund des Hauses mit Quadersteinen zu legen und die Bauleute Salomos und die Bauleute Hirams und die Gebliter behauten sie und bereiteten das Holz und die Steine für den Bau des Hauses Kapitel 6 und es geschah im 480 Jahr nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel im Monat Sif das ist der zweite Monat da baute er dem Herrn das Haus Das Haus aber das der König Salomo dem Herrn baute war sechzig Ellen lang zwanzig Ellen breit und dreißig Ellen hoch und die Vorhalle vor der Tempelhalle des Hauses zwanzig Ellen lang gemäß der Breite des Hauses und zehn Ellen breit vor dem Haus her und er machte am Haus Fenster mit fest eingefügtem Gitterwerk und er baute an die Wand des Hauses einen Anbau ringsum an die Wände des Hauses ringsum sowohl der Tempelhalle als auch des Sprachortes und er stellte Seitenräume ringsum das unterste Stockwerk war fünf Ellen breit das mittlere sechs Ellen und das dritte sieben Ellen breit denn er machte Absätze an der Außenseite des Hauses ringsum so daß sie nicht in die Wände des Hauses eingriffen und als das Haus erbaut wurde da wurde es aus Steinen gebaut die fertig behauen aus dem Bruch kamen so daß man weder Hammer noch Meißel noch sonst ein eisernes Werkzeug im Haus hörte während es erbaut wurde der Eingang zum mittleren Stockwerk befand sich an der rechten Seite des Hauses und man stieg auf Wendeltreppen hinauf zum mittleren und vom mittleren zum dritten Stockwerk so baute er das Haus und vollendete es und er deckte das Haus mit Brettern und Balken Reihen aus Zedernholz er baute auch den Anbau am ganzen Haus fünf Ellen hoch und verband ihn mit dem Haus durch Zedernbalken und es erging das Wort des Herrn an Salomo was dieses Haus betrifft das du gebaut hast wenn du in meinen Satzungen wandeln und meine Rechte tun und alle meine Gebote befolgen wirst so daß du darin wandelst so will ich mein Wort an dir erfüllen daß ich deinem Vater David verheißen habe und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und will mein Volk Israel nicht verlassen so baute Salomo das Haus und vollendete es und er verkleidete die Wände des Hauses inwendig mit Brettern von Zedern vom Boden des Hauses an bis zum Mauerwerk der Decke und täfelte es inwendig mit Holz und belegte den Boden des Hauses mit Brettern aus Zypressen Holz und er baute einen Abschnitt von zwanzig Ellen von der hinteren Seite des Hauses her mit Zedern Brettern vom Boden bis zum Mauerwerk und baute es für ihn inwendig aus zum Sprachort zum Allerheiligsten und das Haus Zedernholz inwendig am Haus war Schnitzwerk von Kolloquinten und offenen Blumen alles war aus Zedernholz so daß man keinen Stein sah und den Sprachort richtete er im Inneren des Hauses her um die Bundeslade des Herrn dorthin zu stellen und das Innere des Sprachortes zwanzig Ellen lang und zwanzig Ellen breit und zwanzig Ellen hoch er überzog ihn mit feinem Gold auch den Altar aus Zedernholz überzog er damit und Salomo überzog das Haus inwendig mit feinem Gold und er zog goldene Ketten vor dem Sprachort her den er mit Gold überzogen hatte und das ganze Haus überzog er mit Gold das ganze Haus vollständig auch den Altar der zum Sprachort gehörte überzog er mit Gold Er machte im Sprachort auch zwei Cherubim aus Ölbaumholz zehn Ellen hoch Der eine Flügel des Cherubs maß fünf Ellen und der andere Flügel des Cherubs fünf Ellen Zehn Ellen waren es vom Ende des einen Flügels bis zum Ende des anderen Flügels Auch der andere Cherub hatte zehn Ellen flügelweite Beide Cherubim hatten ein Maß und eine Form Die Höhe des einen Cherubs betrug zehn Ellen ebenso die Höhe des anderen Cherubs Und er stellte die Cherubim ins innerste Haus Und die Cherubim breiteten ihre Flügel aus so daß der Flügel des einen Cherubs die eine Wand und der Flügel des anderen Cherubs die andere Wand berührte und in der Mitte des Hauses berührte ein Flügel den anderen Und er überzog die Cherubim mit Gold Und an allen Wänden des Hauses ließ er Schnitzwerk anbringen von Cherubim und Palmen und offenen Blumen innerhalb und außerhalb Auch den Boden des Hauses überzog er mit Gold innerhalb und außerhalb Den Eingang zum Sprachort versah er mit Türen aus Ölbaumholz Die Türfassungen bildeten einen fünffach gestaffelten Rahmen Und er machte zwei Türflügel aus Ölbaumholz und ließ darauf Cherubim Palmen und offenen Blumen anbringen und überzog sie mit Gold Und auf die Cherubim und die Palmen hämmerte er das Gold Und ebenso machte er für den Eingang der Tempel Halle Türfassungen aus Ölbaumholz mit einem vierfach gestaffelten Rahmen und zwei Türflügel aus Zypressenholz Aus zwei drehbaren Blättern bestand der eine Flügel und aus zwei drehbaren Blättern der andere Flügel Und er machte darauf Schnitzwerk von Cherubim Palmen und offenen Blumen und überzog sie mit Gold das dem Schnitzwerk angepasst war Auch baute er den inneren Vorhof mit drei Lagen Quadersteinen und einer Lage Zedernbalken Im vierten Jahr im Monat Siff wurde der Grund zum Haus des Herrn gelegt und im elften Jahr im Monat Bul das ist im achten Monat wurde das Haus vollendet nach allen seinen Plänen und Vorschriften so dass er sieben Jahre lang daran gebaut hatte Kapitel 7 Aber an seinem Haus baute Salomo dreizehn Jahre lang bis er es vollendet hatte Er baute nämlich das Haus des Libanon Waldes 100 Ellen lang 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch auf vier Reihen von Zedernsäulen auf denen Zedern Balken lagen und ein Dach von Zedern Holz oben über den Gemächern die über den Säulen lagen deren Zahl fünfundvierzig betrug je fünfzehn in einer Reihe und es hatte Fensterrahmen in drei Reihen und zwar Fenster gegenüber Fenster dreimal und alle Türen und Pfosten waren viereckig mit einem Rahmen versehen ein Fenster gegenüber dem anderen dreimal und er errichtete eine Säulenhalle fünfzig Ellen lang und dreißig Ellen breit und vor ihr noch eine Vorhalle mit Säulen und einem vorspringenden Schirmdach davor dazu erbaute er eine Thronhalle wo er richtete nämlich die Halle des Gerichts und er täfelte sie mit Zedernholz vom Fußboden bis zur Decke und sein Haus in dem er wohnte im anderen Hof einwärts von der Halle war von der gleichen Bauart und Salomo baute auch für die Tochter des Pharao die er sich zur Frau genommen hatte ein Haus gleich dieser Halle dies alles wurde aus kostbaren Steinen gefertigt nach Maß behauen mit der Säge geschnitten auf der Innen- und Außenseite vom Grundan bis zum Dach und draußen bis zum großen Hof die Grundfesten aber bestanden aus kostbaren großen Steinen aus Steinen von Zehn Ellen und Steinen von Acht Ellen Länge und darüber lagen kostbare Steine nach Maß behauen und Zedern Balken aber der große Hof rings umher hatte eine Mauer von drei Lagen behauener Steine und einer Lage Zedern Balken ebenso der innere Hof des Hauses des Herrn und die Vorhalle des Hauses und der König Salomo sandte hin und ließ Hiram von Tyrus holen der war Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naftali sein Vater aber war ein Mann aus Tyrus ein Erz Schmied der war voll Weisheit Verstand und Kunst Sinn um allerlei Arbeiten in Erz auszuführen und er kam zum König Salomo und führte alle Arbeiten für ihn aus und er bildete die beiden ehrenen Säulen 18 Ellen hoch war jede Säule ein Faden von zwölf Ellen konnte sie umspannen und er machte zwei Kapitelle aus Erz gegossen um sie oben auf die Säulen zu setzen und jedes Kapitell war fünf Ellen hoch Netzförmiges Geflecht und Schnüre wie Ketten waren an den Kapitellen oben auf den Säulen sieben an dem einen Kapitell und sieben an dem anderen Kapitell und so machte er die Säulen und zwei Reihen von Granatäpfeln gingen ringsum das eine Geflecht um die Kapitelle zu bedecken die oben auf den Säulen waren und ebenso machte er es an dem anderen Kapitell und die Kapitelle oben auf den Säulen waren gemacht wie die Lilien in der Vorhalle vier Ellen hoch und es waren Kapitelle auf den beiden Säulen auch oberhalb nahe bei dem Wulst der hinter dem Geflecht war und es gab zweihundert Granatäpfel ringsum in Reihen geordnet an dem einen und an dem zweiten Kapitell und er richtete die Säulen auf beim Vorraum zur Tempelhalle und er richtete die rechte Säule auf und gab ihr den Namen Jachin und er richtete die linke Säule auf und gab ihr den Namen Boas und oben auf die Säulen kam das Lilienwerk damit war die Arbeit an den Säulen vollendet er machte auch das gegossene Wasserbecken zehn Ellen weit von einem Rand bis zum anderen es war ringsherum rund und fünf Ellen hoch und eine dreißig Ellen lange Schnur konnte es umspannen unterhalb seines Randes umgaben es Kolokwinten je zehn auf die Elle rings um das Wasserbecken herum es waren aber zwei Reihen Kolokwinten gegossen aus einem Guss mit dem Wasserbecken es stand auf zwölf Rindern von denen drei gegen Norden drei gegen Westen drei gegen Süden und drei gegen Osten gewand waren und das Wasserbecken ruhte oben auf ihnen und alle ihre Hinterteile waren nach innen gekehrt seine Dicke aber betrug eine Handbreite und sein Rand war wie der Rand eines Bechers wie die Blüte einer Lilie und es enthielt zweitausend Bad er machte auch zehn eher eine Gestelle jedes Gestell war vier Ellen lang und vier Ellen breit und vier Ellen hoch diese Gestelle aber waren so eingerichtet daß sie Stege zwischen den Eckleisten hatten und auf den Stegen zwischen den Eckleisten waren Löwen Rinder und Cherubim und auf den Eckleisten war es oben ebenso und unterhalb der Löwen und Rinder waren herabhängende Räder mit ehernen Achsen an seinen Vierecken waren Schulterstücke unter dem Becken waren die Schulterstücke angegossen gegenüber den Kränzen und seine Öffnung innerhalb des Kopfstückes und darüber maß eine Elle und seine Öffnung war rund nach Art eines Säulen Fußes anderthalb Ellen auch an seiner Öffnung war Bildwerk ihre Stege waren viereckig nicht rund die vier Räder aber standen unterhalb Räder waren an dem Gestell und jedes Rad war anderthalb Ellen hoch und die Räder waren wie Wagenräder gefertigt und ihre Halterungen Felgen Speichen und Naben waren alle gegossen es waren auch vier Schulterstücke an den Vierecken eines jeden Gestells diese Schulterstücke waren aus einem Guß mit dem Gestell oben an dem Gestell war ein Aufsatz von der Höhe einer halben Elle ringsherum gerundet und oben am Gestell waren seine Halterungen diese und die Stege waren aus einem Guß mit ihm und er grub auf die Flächen seiner Halterungen und auf seine Stege Cherubim Löwen und Palmbäume ein je nachdem Raum vorhanden war und Kränze ringsum auf diese Weise machte er die zehn Gestelle sie waren alle aus einem Guß nach einem Maß und in einer Form Becken her vierzig Bad gingen in ein Becken jedes war vier Ellen weit und auf jedem der zehn Gestelle war ein Becken er setzte aber fünf Gestelle auf die rechte Seite und die anderen fünf auf die linke Seite des Hauses und das Wasserbecken stellte er auf die rechte Seite des Hauses nach Südosten hin und Hiram machte die Töpfe die Schaufeln und die Sprengschalen des Herrn zu machen hatte die beiden Säulen und die Kugeln der Kapitelle oben auf den beiden Säulen und die beiden Geflechte um die Kugeln der Kapitelle auf den Säulen zu bedecken und die vierhundert Granatäpfel an den beiden Geflechten zwei Reihen Granatäpfel an jedem Geflecht um die zwei Kugeln der Kapitelle oben auf den Säulen zu bedecken dazu die zehn Gestelle und die zehn Becken auf den Gestellen und das eine Wasserbecken und die zwölf Rinder unter dem Wasserbecken und die Töpfe Schaufeln und die Sprengschalen und alle diese Geräte die Hiram dem König Salomo machte für das Haus des Herrn waren aus glänzendem Erz in der Jordanebene ließ sie der König gießen in lehmiger Erde zwischen Sukkot und Zartan und Salomo ließ alle diese Geräte ungewogen wegen der sehr großen Menge des Erzes das Gewicht des Erzes konnte man nicht ermitteln Salomo machte auch alle Geräte die zum Haus des Herrn gehörten den goldenen Altar und den goldenen Tisch auf dem die Schaubrote lagen und die Leuchter fünf zur rechten und fünf zur linken vor dem Sprachort aus feinem Gold mit Blumenwerk Lampen und Lichtscheren aus Gold dazu Schüsseln Messer Sprengschalen Pfannen und Räucherpfannen aus feinem Gold auch die Angeln an den Türen des inneren Hauses des Allerheiligsten und an den Türen der Tempelhalle waren aus Gold und so wurde das ganze Werk vollendet das der König Salomo für das Haus des Herrn aus führte und Salomo brachte hinein was sein Vater David geheiligt hatte das Silber und das Gold und die Geräte legte er in die Schatzkammer des Hauses des Herrn Kapitel 8 Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme die Fürsten der Vaterhäuser der Kinder Israels zum König Salomo nach Jerusalem um die Bundeslade des Herrn hinauf zu bringen aus der Stadt Davids das ist Zion und alle Männer Israels versammelten sich zum König Salomo am Fest im Monat Etanim das ist der siebte Monat und alle Ältesten von Israel kamen und die Priester trugen die Lade des Herrn und sie brachten die Lade des Herrn hinauf dazu die Stiftshütte und alle Geräte des Heiligtums die in dem Zelt waren das trugen die Priester und Leviten hinauf und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels die sich zu ihm versammelt hatte standen mit ihm vor der Lade und opferten Schafe und Rinder so viele daß man sie wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte und die Priester brachten die Bundeslade an ihren Ort in den Sprachort des Hauses in das Allerheiligste unter die Flügel der Cherubim denn die Cherubim breiteten die Flügel die Stangen aber waren so lang daß man ihre Spitzen im Heiligtum vor dem Sprachort sehen konnte aber von außen sah man sie nicht und sie blieben dort bis zu diesem Tag es war nichts in der Lade als nur die zwei steinernen Tafeln die Mose am Horeb hineingelegt hatte als der Herr mit den Kindern Israels einen Bund machte als sie aus dem Land Ägypten gezogen waren und es geschah als die Priester aus dem Heiligtum hinaus gingen da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn so daß die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten um ihren Dienst zu verrichten denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn damals sprach Salomo der Herr hat gesagt er wolle im Dunkeln wohnen ich nun habe ein Haus gebaut und der König wandte sein Angesicht und segnete die ganze Gemeinde Israels denn die ganze Gemeinde Israels stand da und er sprach gepriesen sei der Herr der Gott Israels der zu meinem Vater David durch seinen Mund geredet und es auch durch seine Hand erfüllt hat indem er sagte seit dem Tag da ich mein Volk Israel aus Ägypten heraus führte habe ich unter allen Stämmen Israels niemals eine Stadt erwählt daß mir dort ein Haus gebaut würde damit mein Name dort wäre aber ich habe David erwählt daß er über mein Volk Israel herrsche Nun lag es zwar meinem Vater David am Herzen dem Namen des Herrn des Gottes Israels ein Haus zu bauen aber der Herr sprach zu meinem Vater David daß es dir am Herzen lag meinem Namen ein Haus zu bauen daß dies dir am Herzen lag daran hast du wohl getan doch sollst nicht du das Haus bauen sondern dein Sohn der aus deinen Länden hervorgehen wird der soll an die Stelle meines Vaters David getreten und sitze auf dem Thron Israels wie der Herr geredet hat und ich habe dem Namen des Herrn des Gottes Israels ein Haus gebaut und ich habe dort einen Platz zugerichtet für die Lade in welcher der Bund O Herr du Gott Israels es gibt keinen Gott der dir gleich wäre weder oben im Himmel noch unten auf Erden der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten die mit ihrem ganzen Herzen vor dir wandeln der du deinem Knecht David meinem Vater gehalten hast was du ihm verheißen hattest du hast es mit deinem Mund geredet und mit deiner Hand hast du Vater was du ihm versprochen hast als du sagtest es soll dir nicht fehlen an einem Mann vor meinem Angesicht der auf dem Thron Israels sitzt wenn nur deine Söhne ihren Weg bewahren daß sie vor mir wandeln wie du vor mir gewandelt bist und nun du Gott Israels lass doch dein Wort wahr werden daß du zu deinem Knecht David meinem Vater geredet hast aber wohnt Gott wirklich auf der Erde siehe die Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen wie sollte es denn dieses Haus tun das ich gebaut habe wende dich aber zu dem Gebet deines Knechtes und zu seinem Flehen oh Herr mein Gott daß du hörst auf das Rufen und das Gebet welches dein Nacht offen stehen über diesem Haus über dem Ort von dem du gesagt hast mein Name soll dort sein daß du das Gebet erhörst das dein Knecht zu dieser Stätte gerichtet betet so höre doch das Flehen deines Knechtes und deines Volkes Israel daß sie zu diesem Ort hin richten werden ja höre du es an dem Ort deiner Wohnung im Himmel und wenn du es Nächsten sündigt und man erlegt ihm einen Eid auf den er schwören soll und er kommt und schwört vor deinem Altar in diesem Haus so höre du es im Himmel und greife ein und schaffe deinen Knechten Recht indem du den Schuldigen verurteilst und sein Tun auf sein Haupt zurückfallen läßt den Gerechten aber rechtfertigst und ihm nach seiner Gerechtigkeit vergilzt wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird weil sie gegen dich gesündigt haben und sie kehren wieder zu dir um und bekennen deinen Namen beten und flehen zu dir in diesem Haus so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deines Volkes Israel und bringe sie wieder in das Land das du ihren Vätern gegeben hast wenn der Himmel verschlossen ist und es nicht regnet weil sie gegen dich gesündigt haben und sie dann zu diesem Ort hin beten und deinen Namen bekennen und sich von ihrer Sünde abwenden weil du sie gedemütigt hast so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel indem du sie den guten Weg leerst auf dem sie wandeln sollen und lass es regnen auf dein Land das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast wenn eine Hungersnot im Land herrscht wenn die Pest ausbricht wenn Kornbrand vergilben des Getreides Heuschrecken und Fresser auftreten werden wenn sein Feind es belagert in den Städten seines Landes wenn irgendeine Plage irgendeine Krankheit auftritt was immer dann irgendein Mensch von deinem ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird und ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin so höre du es im Himmel in deiner Wohnstätte und vergib und greife ein und gib jedem Einzelnen entsprechend allen seinen Wegen wie du sein Herz erkennst denn du allein erkennst das Herz aller Menschen Kinder damit sie dich fürchten alle Tage solange sie leben in dem Land das du unseren Vätern gegeben hast aber auch wenn ein Fremdling der nicht zu deinem Volk Israel gehört aus einem fernen Land kommt um deines Namens willen denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm wenn er kommt um zu diesem Haus hin zu beten so höre du es im Himmel in deiner Wohnstätte und tue alles um was dieser Fremdling dich anruft damit alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten wie dein Volk Israel und erfahren daß dein Name ausgerufen ist über diesem Haus das ich gebaut habe wenn dein Volk in den Krieg zieht gegen seine Feinde auf dem Weg den du sie senden wirst und sie zum Herrn beten zu dieser Stadt gewand die du erwählt hast und zu dem Haus das ich deinem Namen erbaut habe so höre du im Himmel ihr Gebet und ihr Flehen und verschaffe ihnen Recht wenn sie gegen dich sündigen denn es gibt keinen Menschen der nicht sündigt und du über sie zornig bist und sie vor dem Feind dahin gibst so daß ihre Bezwinger sie gefangen wegführen in das Land des Feindes es sei fern oder nah und sie nehmen es sich zu Herzen in dem Land in das sie gefangen weggeführt wurden und sie kehren um und flehen zu dir in dem Land ihrer Gefangenschaft und sprechen wir haben gesündigt und unrecht getan und sind gottlos gewesen wenn sie so zu dir umkehren mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele im Land ihrer Feinde die sie weggeführt haben und sie beten zu dir zu ihrem Land hingewand daß du ihren Vätern gegeben hast und zu der Stadt hin die du erwählt hast und zu dem Haus hin das ich deinem Namen gebaut habe so höre du im Himmel in deiner Wohnstätte ihr Gebet und ihr flehen und verschaffe ihnen Recht und vergib deinem Volk was sie gegen dich gesündigt haben dass sie sich über sie erbarmen denn sie sind ja dein Volk und dein Erbe das du aus Ägypten herausgeführt hast mitten aus dem Eisenschmelz ofen so laß doch deine Augen offen sein für das flehen deines Knechtes und für das flehen deines Volkes Israel daß du sie erhörst in allem weswegen sie dich anrufen denn du hast sie ausgesondert aus allen Völkern auf Erden als Erbe für dich wie du durch deinen Knecht Mose geredet hast als du unsere Väter aus Ägypten führtest o Herr Herr und es geschah als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte da stand er auf von seinem Platz vor dem Altar des Herrn wo er gekniet hatte seine Hände zum Himmel gebreitet und er trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israels mit lauter Stimme und sprach gepriesen sei der Herr der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat ganz wie er es verheißen hat von allen seinen guten Worten die er durch seinen Knecht Mose geredet hat ist nicht ein einziges Wort dahin gefallen der Herr unser Gott sei mit uns wie er mit unseren Vätern gewesen ist er verlasse uns nicht und ziehe seine unser Herz zu ihm neigen daß wir in allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote seine Satzungen und seine Rechte halten die er unseren Vätern geboten hat und mögen diese meine Worte die ich vor dem Herrn gefleht habe gegenwärtig sein vor dem Herrn unserem Gott bei Tag und bei Nacht daß er Recht verschaffe seinem Knecht und Recht seinem Volk Israel Tag für Tag damit alle Völker auf Erden erkennen daß er der Herr Gott ist und keiner sonst euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn unserem Gott daß ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt wie an diesem Tag und der König brachte Opfer da vor dem Herrn und ganz Israel mit ihm und zwar brachte Salomo als Friedensopfer daß er dem Herrn opferte 22.000 Rinder da und 120.000 Schafe so weiten der König und alle Kinder Israels das Haus des Herrn ein an jenem Tag heiligte der König den inneren Vorhof der vor dem Haus des Herrn war in dem er Brandopfer Speisopfer und das Fett der Friedensopfer dort zurichtete denn der eherne Altar der vor dem Herrn stand war zu klein für die Brandopfer Speisopfer und für das Fett der Friedensopfer so feierte Salomo zu jener Zeit das Fest und ganz Israel mit ihm eine große Versammlung des Volkes von Lebo Hamad bis zum Bach Ägyptens vor dem Herrn unserem Gott sieben Tage und nochmals sieben Tage lang das waren vierzehn Tage am achten Tag entließ er das Volk und sie segneten den König und gingen hin zu ihren Zelten fröhlich und guten Mutes wegen all des Guten das der Herr an seinem Knecht David und an seinem Volk Israel getan hatte Kapitel 9 Und es geschah als Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs vollendet hatte und alles was er zu machen begehrte und wozu er Lust hatte da erschien ihm der Herr zum zweiten Mal wie er ihm in Gibeon erschienen war Und der Herr sprach zu ihm Ich habe dein Gebet und dein Flehen erhört daß du vor mir gebetet hast Ich habe dieses Haus das du gebaut hast geheiligt um meinen Namen dort wohnen zu lassen ewiglich Und meine Augen und mein Herz sollen alle Zeit dort sein Und was dich betrifft wenn du vor mir wandelst wie dein Vater David gewandelt ist mit lauterem Herzen und aufrichtig und du alles tust was ich dir geboten habe und meine Satzungen und meine Rechte befolgst so will ich den Thron deines Königtums über Israel auf ewig befestigen wie ich es deinem Vater David versprochen habe indem ich sagte es soll dir nicht fehlen an einem Mann auf dem Thron Israels wenn ihr euch aber von mir abwendet ihr und eure Söhne und meine Gebote und meine Satzungen die ich euch vorgelegt habe nicht Hausrotten aus dem Land das ich ihnen gegeben habe und das Haus das ich meinem Namen geheiligt habe werde ich von meinem Angesicht verwerfen und Israel soll zum Sprichwort und zum Spott werden unter allen Völkern und über dieses Haus so erhaben es sein wird wird dann jeder der an ihm vorüber geht sich entsetzen und spotten und sagen warum hat der Herr diesem Land und diesem Haus so etwas angetan dann wird man antworten weil sie den Herrn ihren Gott der ihre Väter aus dem Land Ägypten geführt hat verlassen haben und sich an andere Götter gehängt und sie angebetet und ihnen gedient haben darum hat der Herr all dieses Unheil über sie gebracht und es geschah als die zwanzig Jahre verflossen waren in denen Salomo die beiden Häuser das Haus des Herrn und das Haus des Königs gebaut hatte wozu Hiram der König von Tyrus Salomo mit Zedern und Zypressenholz und Gold ganz nach seinem Begehren versorgt hatte da gab der König Salomo dem Hiram zwanzig Städte im Land Galiläa und Hiram zog aus von Tyrus um die Städte anzusehen die ihm Salomo gegeben hatte aber sie gefielen ihm nicht und er sprach was sind das für Städte mein Bruder die du mir gegeben hast und er nannte sie Land Kabul bis zu diesem Tag denn Hiram hatte dem König einhundert zwanzig Talente Gold gesandt und so verhielt es sich mit den Frohn Arbeitern die der König Salomo rekrutierte um das Haus des Herrn und sein Haus zu bauen und den Milo und die Mauer von Jerusalem und Harzor und Megiddo und Geser denn der Pharao der König von Ägypten war heraufgekommen und hatte Geser eingenommen und mit Feuer verbrannt und die Kananiter die in der Stadt wohnten getötet und er hatte es seiner Tochter der Gemahlin Salomos als Mitgift gegeben so baute Salomo Geser und das untere Beth Huron auch Bahalat und Tatmor in der Wüste im Land Judah und alle Vorratsstädte die Salomo hatte und die Wagenstädte und die Reiterstädte und wozu Salomo Lust hatte zu bauen in Jerusalem und im Libanon und im ganzen Land seiner Herrschaft Alles folgt das von den Amoritern Hethitern Ferisitern Hevitern und Jebusitern übrig geblieben war und nicht zu den Kindern Israels gehörte ihre Söhne die im Land nach ihnen übrig geblieben waren an rekrutierte Salomo zum Frohendienst bis zu diesem Tag aber von den Söhnen Israels machte Salomo keine zu Leibeigenen sondern sie waren Kriegsleute und seine Diener und seine Fürsten und seine Wagenkämpfer und Oberste über seine Wagen und über seine Reiter die Zahl der Oberaufseher die Salomo über das Werk gesetzt hatte war 550 sie geboten über das Volk das an dem Werk arbeitete sobald die Tochter des Pharao heraufgezogen war von der Stadt Davids in ihr Haus das er für sie gebaut hatte da baute er auch den Millo und Salomo opferte dreimal im Jahr Brandopfer und Friedensopfer auf dem Altar den er dem Herrn gebaut hatte und ließ zugleich Räucheropfer darbringen auf demjenigen der vor dem Herrn stand und er vollendete das Haus und der König Salomo baute eine Schiffsflotte in Etzion Geber das bei Elad liegt am Ufer des Roten Meeres im Land der Edomiter und Hiram sandte auf die Schiffsflotte seine Knechte die sich auf die Schiffe verstanden und auf dem Meer erfahren waren mit den Knechten Salomos auf die Fahrt und sie gelangten bis nach Ophir und holten dort 420 Talente Gold und brachten es dem König Salomo Kapitel 10 und die Königin von Saba hörte von dem Ruhm Salomos wegen des Namens des Herrn und sie kam um ihn mit Rätseln zu prüfen sie kam aber nach Jerusalem mit sehr großem Reichtum mit Kamelen die Gewürze und sehr viel Gold und Edelsteine trugen und als sie zu Salomo kam sagte sie ihm alles was sie auf dem Herzen hatte und Salomo gab ihr Antwort auf alle ihre Fragen es war dem König nichts verborgen daß er es ihr nicht hätte erklären können als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus das er gebaut hatte und die Speise auf seinem Tisch und die Wohnung seiner Knechte und das Auftreten seiner Dienerschaft und ihre Kleidung auch seine Mund schenken und auch die Brandopfer die er im Haus des Herrn darbrachte da geriet sie außer sich vor Staunen und sie sprach zu dem König das Wort ist wahr daß ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe ich aber habe den Worten nicht geglaubt bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe und siehe es ist mir nicht die Hälfte gesagt worden du hast mehr Weisheit und Besitz als das Gerücht sagt das ich vernommen habe glücklich sind deine Leute glücklich diese deine Knechte die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören gepriesen sei der Herr dein Gott der Gefallen an dir gehabt hat so daß er dich auf den Thron Israels setzte weil der Herr Israel auf ewig liebt deshalb hat er dich zum König eingesetzt damit du Recht und Gerechtigkeit übst und sie gab dem König 120 Talente Gold und sehr viel Gewürze und Edelsteine nie wieder ist so viel Gewürz ins Land gekommen wie die Königin von Saba dem König Salomo Ophir holte sehr viel Sandelholz und Edelsteine von Ophir und der König ließ einen Aufgang aus Sandelholz machen für das Haus des Herrn und für das Haus des Königs und Lauten und Harfen für die Sänger so viel Sandelholz ist nie mehr ins Land gekommen noch gesehen worden bis zu diesem Tag und der König Salomo gab der Königin von Saba alles was sie wünschte und erbart außerdem womit Salomo sie königlich beschenkte da kehrte sie in ihr Land zurück samt ihren Knechten das Gewicht des Goldes aber das bei Salomo in einem Jahr einging betrug 666 Talente Gold außer den Einkünften von den Karawanen und dem Handel der Kaufleute und von allen Königen Arabiens und von den Stadthaltern des Landes und der König Salomo ließ 200 Langschilde aus gehämmertem Gold machen 600 Schäkel Gold verwendete er für jeden Schild und 300 Kleinschild aus gehämmertem Gold je drei Minen Gold verwendete er für einen Kleinschild und der König brachte sie in das Haus des Libanon Waldes ferner ließ der König einen großen Thron aus Elfenbein anfertigen und ließ ihn mit dem edelsten Gold überziehen dieser Thron hatte sechs Stufen und das Kopfstück des Thrones es war hinten rund und auf beiden Seiten um den Sitz waren Armlehnen und zwei Löwen standen neben den Armlehnen und zwölf Löwen standen dort auf den sechs Stufen zu beiden Seiten etwas derartiges ist niemals in irgendeinem Königreich gemacht worden auch alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold und alle Geräte im Haus des Libanon Waldes waren aus feinem Gold nichts war aus Silber denn dieses achtete man zu den Zeiten Salomos gar nicht denn die Flotte von Tarsis Schiffen des Königs fuhr auf dem Meer mit der Flotte Hirams diese Flotte von Tarsis Schiffen kam alle drei Jahre einmal und brachte Gold Silber Elfenbein Affen und Pfauen so war der König Salomo größer an Reichtum und Weisheit als alle Könige auf Erden und alle Welt suchte das Angesicht Salomos um seine Weisheit zu hören die ihm Gott ins Herz gegeben hatte und sie brachten jeder sein Geschenk silberne und goldene Geräte Kleider und Waffen Gewürze Pferde und Maultiere Jahr für Jahr und Salomo brachte auch Streitwagen und Reiter zusammen so daß er 1400 Streitwagen und 12000 Reiter hatte die er in die Wagenstätte und zum König Jerusalem legte und der König machte das Silber in Jerusalem an Menge den Steinen gleich und das Zedernholz den Maulbeer Feigen Bäumen in der Schefehler und man brachte dem Salomo Pferde aus Ägypten und ein Zug von Kaufleuten des Königs holte sie scharenweise um den Kaufpreis und ein Wagen wurde aus Ägypten eingeführt für 600 Silberlinge und ein Pferd für 150 Ebenso führte man sie durch ihre Vermittlung auch für alle Könige der Hethiter und die Könige von Aram aus Kapitel 11 Aber der König Salomo liebte viele ausländische Frauen neben der Tochter des Pharao Moabitische Ammonitische Edomitische Zidonische und Hethitische Aus den Heidenvölkern von denen der Herr den Kindern Israels gesagt hatte geht nicht zu ihnen und laßt sie nicht zu euch kommen denn sie werden gewiß eure Herzen zu ihren Göttern wenden An diesen hing Salomo mit Liebe und er hatte siebenhundert fürstliche Frauen und dreihundert Nebenfrauen und seine Frauen verleiteten sein Herz und es geschah zu der Zeit als Salomo alt geworden war da wendeten seine Frauen sein Herz anderem Göttern zu so daß sein Herz Vaters David so lief Salomo der Astarte nach der Gottheit der Zidonier und Milkom dem Gräuel der Ammoniter und Salomo tat was böse war in den Augen des Herrn und er folgte dem Herrn nicht ganz nach wie sein Vater David auch baute Salomo eine Höhe für den Chemosh den Gräuel der Moabiter auf dem Berg der östlich von Jerusalem liegt und für den Moloch den Gräuel der Ammoniter und ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen die ihren Göttern räucherten und opferten da wurde der Herr zornig über Salomo weil sein Herz sich abgewandt hatte von dem Herrn dem Gott Israels der ihm zweimal erschienen war ja der ihm gerade wegen dieser Sache das Gebot gegeben hatte daß er nicht anderen Göttern nach wandeln solle aber er beachtete nicht was ihm der Herr geboten hatte darum sprach der Herr zu Salomo weil dies von dir geschehen ist und du meinen Bund nicht bewahrt hast noch meine Satzung die ich dir geboten habe so will ich dir gewiß das Königreich entreißen und es deinem Knecht geben doch zu deiner Zeit will ich es nicht tun um deines Vaters David willen der Hand deines will ich deinem Sohn geben um meines Knechtes David und um Jerusalems Willen das ich erwählt habe und der Herr erweckte dem Salomo einen Widersacher Hadad den Edomiter der stammte aus dem Königs Geschlecht von Edom es geschah nämlich als David in Edom war und als Joab der Hierführer hinaufzog um die Erschlagenen zu begraben da erschlug er alles was männlich war in Edom denn Joab blieb sechs Monate lang dort mit ganz Israel bis er alles ausgerottet hatte was in Edom männlich war da floh Hadad und mit ihm etliche Edomiter von den Knechten seines Vaters um nach Ägypten zu gehen Hadad aber war noch ein kleiner Knabe und sie machten sich auf von Midian und kamen nach Paran und sie nahmen Männer mit Halt an und gab ihm Land und Hadad fand große Gnade beim Pharao so daß er ihm auch die Schwester seiner Gemahlin die Schwester der Gebieterin Tachpenes zur Frau gab und die Schwester der Tachpenes gebar ihm Genubat seinen Sohn und Tachpenes zog ihn auf im Haus des Pharao so daß Genubat im Haus des Pharao unter den Söhnen des Pharao Als nun Hadad in Ägypten hörte daß David sich zu seinen Vätern gelegt hatte und daß Joab der Heerführer tot war da sprach Hadad zum Pharao laß mich doch in mein Land ziehen und der Pharao sprach zu ihm was fehlt dir bei mir daß du in dein Land ziehen willst er sprach nichts aber laß mich doch gehen und Gott erweckte ihm noch einen Widersacher Rison den Sohn Eliadas der von seinem Herrn Hadad Eser dem König von Zoba geflohen war der sammelte Männer um sich und war oberster einer Streifschar als David die Zobaiter schlug und sie zogen nach Damaskus und wohnten dort und regierten in Damaskus und er wurde zu einem Widersacher Israels solange Salomo lebte außer dem Übel das Hadad anrichtete und er hatte einen Widerwillen gegen Israel und er wurde König über Aram Auch Jerobam der Sohn Nebats ein Ephratiter von Zareda ein Knecht Salomos dessen Mutter eine Witwe Zeruha hieß erhob die Hand gegen den König und dies war der Anlaß dafür daß er die Hand gegen den König erhob Salomo baute den Milo und schloß damit eine Lücke an der Stadt Davids seines Vaters Nun war Jerobam ein tüchtiger Mann und als Salomo sah daß der junge Mann eifrig bei der Arbeit war setzte er ihn über alle Last Träger des Hauses Josef Es geschah aber zu jener Zeit als Jerobam aus Jerusalem wegging da fand ihn der Prophet Achia von Silo auf dem Weg der hatte ein neues Obergewand an und sie waren beide allein auf dem Feld und Achia nahm das neue Obergewand das er an hatte und zerriß es in zwölf Stücke und er sprach zu Jerobam nimm dir zehn Stücke denn so spricht der Herr der Gott Israels siehe ich will das Königreich der Hand Salomos entreißen und dir die zehn Stämme geben einen Stamm aber soll er haben um meines Knechtes David und um der Stadt Jerusalem wählen die ich aus allen Stämmen Israels erwählt habe deshalb weil sie mich verlassen haben und Astarte die Gottheit der Zidonier Chemosh den Gott der Moabiter und Milkom den Gott der Ammoniter angebetet haben und nicht in meinen Wegen gewandelt sind um zu tun was Recht ist in meinen Augen nach meinen Satzungen und Rechten wie es sein Vater David getan hat doch will ich nicht das ganze Reich aus seiner Hand nehmen sondern ich will ihn als Fürst belassen sein Leben lang um meines Knechtes David willen den ich erwählt habe der meine Gebote und Satzungen befolgt hat aber ich will das Königreich aus der Hand seines Sohnes nehmen und es dir geben die zehn Stämme und ich will seinem Sohn einen Stamm geben damit mein Knecht David alle Zeit vor mir eine Leuchte hat in der Stadt Jerusalem die ich mir erwählt habe um meinen Namen dorthin zu setzen so will ich nun dich nehmen und du sollst regieren über alles was deine Seele begehrt und König sein über Israel und es wird geschehen wenn du nun allem gehorchst was ich so daß du meine Satzungen und meine Gebote befolgst wie es mein Knecht David getan hat so will ich mit dir sein und dir ein beständiges Haus bauen wie ich es David gebaut habe und ich will dir Israel geben und ich will den Samen Davids deswegen demütigen doch nicht für immer Salomo aber trachtete danach Jerobiam zu töten da machte sich Jerobiam auf und floh nach Ägypten und er blieb in Ägypten bis Salomo starb was aber mehr von Salomo zu sagen ist und alles was er getan hat und seine Weisheit steht das nicht geschrieben im Buch der Geschichte Salomos die Zeit aber die Salomo über ganz Israel in Jerusalem regierte betrug vierzig Jahre und Salomo legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids seines Vaters und Rehabeam sein Sohn wurde König an seiner Stelle Kapitel 12 und Rehabeam zog nach Sichem denn ganz Israel war nach Sichem gekommen um ihn zum König zu machen und es geschah als Jerobeam der Sohn Nebats dies hörte Jerobeam war aber noch in Ägypten wohin er vor dem König Salomo geflohen war denn Jerobeam war in Ägypten geblieben und man hatte hingesandt und ihn rufen lassen da kamen Jerobeam und die ganze Gemeinde Israels und redeten mit Rehabeam und sprachen dein Vater hat unser Joch hart gemacht so mache du nun den harten Dienst deines Vaters und das schwere Joch das er uns auferlegt hat leichter so wollen wir dir dienen er aber sprach zu ihnen geht hin für drei tage dann kommt wieder zu mir und das Volk ging weg da hielt der König Rehabeam einen Rat mit den Ältesten die vor seinem Vater Salomo gestanden hatten als er noch lebte und sprach wie ratet ihr daß wir diesem Volk antworten sollen sie sprachen zu ihm wenn du heute diesem Volk ein Knecht wirst und ihm dienst und auf es hörst und zu ihm gute Worte sprichst so werden sie deine Knechte sein dein Leben lang aber er verwarf den Rat der Ältesten den sie ihm gegeben hatten und hielt Rat mit den Jungen die mit ihm aufgewachsen waren die vor ihm standen und er sprach zu ihnen was ratet ihr daß wir diesem Volk antworten das zu mir gesagt und gesprochen hat mache das Joch leichter das dein Vater auf uns gelegt hat da redeten die Jungen zu ihm die mit ihm aufgewachsen waren und sprachen dem Volk das zu dir gesagt hat dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht du aber mache es uns leichter dem sollst du so antworten mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters und nun wenn mein Vater ein schweres Joch auf euch gelegt hat so will ich euer Joch noch schwerer machen hat mein Vater euch mit Geißeln gezüchtigt so will ich euch mit Skorpionen züchtigen als nun Jerobam samt dem ganzen Volk am dritten Tag zu Rehabiam kam wie der König gesagt hatte kommt am dritten Tag zu mir da gab der König dem Volk eine harte Antwort und verwarf den Rat den ihm die Ältesten gegeben hatten und er redete mit ihnen nach dem Rat der Jungen und sprach mein Vater hat euer Joch schwer gemacht ich aber will euer Joch noch schwerer machen mein Vater hat euch mit Geißeln gezüchtigt ich aber will euch mit Skorpionen züchtigen so daß der Herr durch Achia von Silo zu Irobeam dem Sohn Nebatz geredet hatte als nun ganz Israel sah daß der König ihnen kein Gehör schenkte antwortete das Volk dem König und sprach was haben wir für einen Anteil an David wir haben kein Erbteil an dem Sohn Isais auf Israel zu deinen Zelten sorge du nun für dein Haus David So ging Israel zu seinen Zelten und Rehaber regierte nur über die Kinder Israels die in den Städten Judas wohnten und der König Rehaber sandte den Frohnmeister Adoram hin aber ganz Israel steinigte ihn so daß er starb der König Rehaber aber eilte und stieg auf seinen Wagen um nach Jerusalem zu fliehen so fiel Israel ab vom Haus Davids bis zu diesem Tag und es geschah als ganz Israel hörte daß Jerobeam zurückgekommen war da sandten sie hin und beriefen ihn in die Volksversammlung und machten ihn zum König über ganz Israel und niemand folgte dem Haus Davids als allein der Stamm Judah als aber Rehaber nach Jerusalem kam versammelte er das ganze Haus Judah und den Stamm Benjamin 180.000 auserlesene Krieger um gegen das Haus Israel zu kämpfen und das Königtum wieder an Rehaber den Sohn Salomos zu bringen aber das Wort Gottes erging an Shemaya den Mann Gottes rede zu Rehaber dem Sohn Salomos dem König von Judah und zum Haus Judah und zu Benjamin und dem übrigen Volk und sprich so spricht der Herr ihr sollt nicht hinaufziehen um gegen eure Brüder die Söhne Israels zu kämpfen kehrt um jeder zu seinem Haus denn von mir aus ist diese Sache geschehen und sie hörten auf das Wort des Herrn und kehrten um wie der Herr gesagt hatte Jerobeam aber baute Sichem auf dem Bergland Ephraim aus und wohnte darin und er zog aus von dort und baute Pnuel Jerobeam aber dachte in seinem Herzen das Königreich wird nun wieder dem Haus Davids zufallen wenn dieses Volk hinaufziehen wird um im Haus des Herrn in Jerusalem Opfer dar zu bringen so wird sich das Herz dieses Volkes wieder zu ihrem Herrn wenden zu Rehaberam dem König von Judah ja sie werden mich töten und sich wieder Rehaberam dem König von Judah zu wenden darum hielt der König Rat und machte zwei goldene Kälber und sprach zu dem Volk es ist zu viel für euch nach Jerusalem hinauf zu ziehen siehe das sind deine Götter Israel die dich aus dem Land Ägypten heraus geführt haben und er stellte das eine in Bethel auf und das andere setzte er nach dann aber diese Tat wurde für Israel zur Sünde und das Volk lief zu dem einen Kalb bis nach dann er machte auch ein Höhenheiligtum und setzte aus dem ganzen Volk Leute zu Priestern ein die nicht von den Söhnen Levis waren ferner ordnete Jerobeam ein Fest an am 15. Tag des achten Monats wie das Fest in Judah und opferte auf dem Altar ebenso machte er es in Betel indem er den Kälbern opferte die er gemacht hatte und er ließ in Betel die Priester der Höhen den Dienst verrichten die er eingesetzt hatte und er opferte auf dem Altar den er in Betel gemacht hatte am 15. Tag des achten Monats des Monats den er aus seinem eigenen Herzen erdacht hatte und er veranstaltete den Kindern Israels ein Fest und opferte auf dem Altar und räucherte Kapitel 13 Aber siehe ein Mann Gottes kam von Judah durch das Wort des Herrn nach Betel als Jerobeam eben bei dem Altar stand um zu räuchern und er rief gegen den Altar durch das Wort des Herrn und sprach Altar Altar so spricht siehe es wird im Haus Davids ein Sohn namens Josia geboren werden der wird auf dir die Priester der Höhen opfern die auf die räuchern und man wird Menschen gebeine auf dir verbrennen und er gab an jenem Tag ein Zeichen und sprach das ist das Zeichen das der Herr dies geredet hat siehe der Altar wird bersten und die Asche die darauf ist verschüttet werden und es geschah als der König das Wort des Mannes Gottes hörte der gegen den Altar von Bethel rief da streckte Jerobeam seine Hand aus vom Altar herab und sprach ergreift ihn da verdorrte seine Hand die er gegen ihn ausgestreckt hatte so daß er sie nicht wieder zu sich ziehen konnte und der Altar barst und die Asche wurde vom Altar herab verschüttet gemäß da ergriff der König das Wort und sprach zu dem Mann Gottes besänftige König zu dem Mann Gottes komm mit mir heim und erfrische dich ich will dir auch ein Geschenk geben aber der Mann Gottes sprach zum König wenn du mir auch dein halbes Haus geben würdest so käme ich nicht mit dir denn ich würde an diesem Ort kein Brot essen und kein Wasser trinken denn so wurde mir durch das Wort des Herrn geboten und gesagt du sollst kein Brot essen und kein Wasser trinken und nicht wieder auf dem Weg zurück kehren den du gegangen bist und er ging einen anderen Weg und kehrte nicht wieder auf dem gleichen Weg zurück auf dem er nach Bethel gekommen war aber in Bethel wohnte ein alter Prophet zu dem kam einer seiner Söhne und erzählte ihm alles was der Mann Gottes an jenem Tag in Bethel getan hatte und seine Söhne hatten den Weg gesehen den der Mann Gottes der von Judah gekommen war eingeschlagen hatte er aber sprach zu seinen Söhnen sattelt mir den Esel und sie sattelten ihm den Esel und er ritt darauf und er ging dem Mann Gottes nach und fand ihn unter einer Terebinte sitzen und sprach zu ihm bist du der Mann Gottes der von Judah gekommen ist er sprach ich bin es da sprach er zu ihm komm mit mir heim und iss etwas er aber sprach ich kann nicht umkehren und mit dir kommen ich will auch mit dir weder Brot essen noch Wasser trinken an diesem Ort denn durch das Wort des Herrn ist zu mir gesagt worden du sollst dort weder Brot essen noch Wasser trinken du sollst nicht auf dem gleichen Weg zurückkehren auf dem du hingegangen bist aber jener sprach zu ihm ich bin auch ein Prophet wie du und ein Engel hat durch das Wort des Herrn zu mir geredet und gesagt führ ihn zurück in dein Haus damit er Brot esse und Wasser trinke er log es ihm aber vor da kehrte er mit ihm um und aß in seinem Haus Brot und trank Wasser als sie aber zu Tisch saßen da kam das Wort des Herrn zu dem Propheten der ihn zurück geführt hatte und er rief dem Mann Gottes zu der von Judah gekommen war und sprach so spricht der Herr weil du dem Befehl des Herrn ungehorsam gewesen bist und das Gebot nicht gehalten hast das dir der Herr dein Gott geboten hat sondern umgekehrt bist und Brot gegessen und Wasser getrunken hast an diesem Ort von dem ich dir sagte du solltest weder Brot essen noch Wasser trinken so soll dein Leichnam nicht in das Grab deiner Väter kommen und es geschah nachdem er Brot gegessen und getrunken hatte da sattelte er ihm dem Propheten den er zurück geführt hatte den Esel als er nun fort ging da begegnete ihm auf dem Weg ein Löwe der tötete ihn und sein Leichnam lag hingestreckt auf dem Weg und der Esel stand neben ihm und der Löwe stand neben dem Leichnam und siehe als Leute vorbeigingen da sahen sie den Leichnam hingestreckt auf dem Weg liegen und den Löwen bei dem Leichnam stehen und sie kamen und sagten es in der Stadt in welcher der alte Prophet wohnte als nun der Prophet der ihn vom Weg zurück geholt hatte das hörte sprach er es ist der Mann Gottes der dem Befehl des Herrn ungehorsam gewesen ist darum hat ihn der Herr dem Löwen übergeben der hat ihn zerrissen und getötet nach dem Wort das der Herr zu ihm geredet hat und er redete mit seinen Söhnen und sprach sattelt mir den Esel und als sie ihn gesattelt hatten da ging er hin und fand seinen Leichnam hingestreckt auf dem Weg liegen und den Esel und den Löwen neben dem Leichnam stehen der Löwe hatte den Leichnam nicht gefressen und den Esel nicht zerrissen da hob der Prophet den Leichnam des Mannes Gottes auf und legte ihn auf den Esel und führte ihn zurück und er kam in die Stadt des alten Propheten um ihn zu beklagen und zu begraben und er legte dessen Leichnam in sein eigenes Grab und sie klagten um ihn ach mein Bruder und als er ihn begraben hatte sprach er zu seinen Söhnen wenn ich sterbe so begrabt mich in dem Grab in dem der Mann Gottes begraben worden ist und legt meine Gebeine neben seine Gebeine denn das Wort wird gewiß eintreffen daß er durch das Wort des Herrn ausgerufen hat gegen den Altar in Bethel und gegen alle Höhenheiligtümer die in den Städten Samarias sind aber nach dieser Begebenheit kehrte Jerobeam nicht um von seinem bösen Weg sondern er setzte wieder Höhenpriester aus dem gesamten Volk ein wer Lust hatte den weihte er und der wurde Höhenpriester und dies wurde dem Haus Jerobeams zur Sünde so zu jener Zeit wurde Abia der Sohn Jerobeams krank und Jerobeam sprach zu seiner Frau mache dich doch auf und verstelle dich damit niemand erkennt daß du Jerobeams Frau bist und geh nach Silo siehe dort ist der Prophet Achia der von mir geredet hat daß ich König über dieses Volk sein sollte und nimm mit dir zehn Brote und Kuchen und einen Krug Honig und geh zu ihm er wird dir verkünden wie es dem Knaben gehen wird und die Frau Jerobeams tat dies und machte sich auf und ging hin nach Silo und kam in das Haus Achias Achia aber konnte nicht sehen denn seine Augen waren starr geworden wegen seines Alters aber der Herr hatte zu Achia gesprochen siehe die Frau Jerobeams kommt um von dir ein Wort zu erlangen wegen es wird aber geschehen wenn sie hereinkommt wird sie sich verstellen und es geschah als Achia das Geräusch ihrer Füße hörte wie sie zur Tür hereinkam da sprach er komm herein du Frau Jerobeams warum verstellst du dich ich bin mit einer harten Botschaft an dich beauftragt geh hin sage Jerobeam so spricht der Herr der Gott Israels weil ich das Königreich dem Haus David entrissen und es dir gegeben habe weil du aber nicht gewesen bist wie mein Knecht David der meine Gebote befolgte und mir nachfolge von ganzem Herzen so daß er nur tat was in meinen Augen recht ist sondern weil du mehr Böses getan hast als alle die vor dir gewesen sind weil du hingegangen bist und dir andere Götter und gegossene Bilder gemacht hast so daß du mich zum Zorn reiztest und mich verworfen hast darum siehe bringe ich Unheil über das Haus Jerobems und ich will ausrotten von Jerobem was männlich ist mündige und unmündige in Israel und ich will die Nachkommen des Hauses Jerobems ausfegen wie man Kot ausfegt bis es ganz aus ist mit ihm wer von Jerobem in der Stadt stirbt den sollen die Hunde fressen wer aber auf dem Feld stirbt den sollen die Vögel des Himmels fressen denn der Herr hat es gesagt so mache dich nun auf und geh heim und wenn dein Fuß die Stadt betritt wird der Knabe sterben und ganz Israel wird ihn beklagen und sie werden ihn begraben denn von Jerobem wird dieser allein in ein Grab kommen weil an ihm vor erwecken der das Haus Jerobems ausrotten soll an jenem Tag und was schon jetzt hat er ihn erweckt und der Herr wird Israel schlagen daß es schwankt wie ein Rohr im Wasser und er wird Israel ausreißen aus diesem guten Land das er ihren Vätern gegeben hat und wird sie zerstreuen jenseits des Stromes Euphrat weil sie ihre Aschera Standbilder gemacht haben um den Herrn zu erzürnen und er wird Israel dahin geben um der Sünde Jerobems Willen die er beging und zu der er Israel verführt hat da machte sich die Frau Jerobems auf ging hin und kam nach Tirza und als sie die Schwelle des Hauses betrat da starb der Knabe und sie begruben ihn und ganz Israel beklagte ihn nach dem Wort des Herrn daß er sagen ist wie er gekämpft und wie er regiert hat siehe das ist geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel die Zeit aber die Jerobem regierte betrug 22 Jahre und er legte sich zu seinen Vätern und sein Sohn Nadab wurde König an seiner Stelle Rehabem aber der Sohn Salomos regierte in Judah Rehabem war 41 Jahre alt als er König wurde und er regierte siebzehn Jahre lang in Jerusalem in der Stadt die der Herr aus allen Stämmen Israels erwählt hatte um seinen Namen dort wohnen zu lassen und der Name seiner Mutter war Naama eine Ammoniterin und Judah tat was böse war in den Augen des Herrn und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden die sie begingen mehr als alles was ihre Väter getan hatten denn sie bauten auch Höhen und Gedenksteine und Aschera Standbilder auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen und es gab auch Tempel Hurer im Land die taten es allen Gräueln der Heidenvölker gleich die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte es geschah aber im fünften Jahr der Regierung des Königs Rehaberam daß Sisag der König von Ägypten gegen Jerusalem heraufzog und er nahm die Schätze des Hauses des Herrn und die Schätze des königlichen Hauses alles nahm er weg auch alle goldenen Schilde die Salomo hatte machen lassen an ihrer Stelle ließ der König Rehaberam eher eine Schilde machen und übergab sie den obersten der Leibwächter welche die Tür am Haus des Königs hüteten und es geschah so oft der König in das Haus des Herrn ging trugen sie die Leibwächter und brachten sie danach wieder in die Kammer der Leibwächter was aber mehr von Rehaberam zu sagen ist und alles was er getan hat ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Judah und es war Krieg zwischen Rehaberam und Jeroberam ihr Leben lang und Rehaberam legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids der Name seiner Mutter aber war Naama eine Ammoniterin und sein Sohn Abiyam wurde König an seiner Stelle Kapitel 15 Im achtzehnten Jahr der Regierung des Königs Jerobeam des Sohnes Nebats wurde Abiyah König über Judah er regierte drei Jahre lang in Jerusalem der Name seiner Mutter war Maacha eine Tochter Abisaloms und er wandelte in allen Sünden seines Vaters die dieser vor ihm getan hatte und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn seinem Gott wie das Herz seines Vaters David Doch der Herr sein Gott ihm eine Leuchte in Jerusalem indem er seinen Sohn ihm nachfolgen und Jerusalem bestehen ließ weil David getan hatte was recht war in den Augen des Herrn und nicht gewichen war von allem was er ihm gebot sein Leben lang außer in der Sache Urias des Hethitas und es war Krieg zwischen Rehaberam und Jerobeam ihr Leben lang was aber mehr von Abiyah zu sagen ist und was er getan hat ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Judah und es war Krieg zwischen Abiyah und Jerobam und Abiyah legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn in der Stadt Davids und Asa sein Sohn wurde König an seiner Stelle Im zwanzigsten Jahr der Regierung Jerobeams des Königs von Israel wurde Asa König über Judah und er regierte 41 Jahre lang in Jerusalem und der Name seiner Mutter war Maacha eine Tochter Abisaloms und Asa tat was dem Herrn wohl gefiel wie sein Vater David denn er schaffte die Tempel Hura aus dem Land und entfernte alle Götzen die seine Väter gemacht hatten dazu setzte er auch seine Mutter Maacha ab so dass sie nicht mehr Gebieterin war weil sie ein Götzenbild der Aschera gemacht hatte und Asa rottete ihr Götzenbild aus und verbrannte es am Bach Kidron die Höhen freilich wurden nicht abgeschafft doch war das Herz Asas ungeteilt mit dem Herrn sein Leben lang und das Silber und Gold und die Geräte was sein Vater geweiht hatte und was er selbst weihte das brachte er in das Haus des Herrn und es war Krieg zwischen Asa und Baeser dem König von Israel ihr Leben lang und Baeser der König von Israel zog herauf gegen Judah und baute Rama um Asa dem König von Judah keinen Ausgang und Eingang mehr zu lassen da nahm Asa alles Silber und Gold das in der Schatzkammer des Hauses des Herrn und in der Schatzkammer des Königlichen Hauses übrig war und gab es in die Hand seiner Knechte und der König Asa sandte sie zu Ben Hadad dem Sohn Tabrimons des Sohnes Hesions dem König von Aram der in Damaskus wohnte und ließ ihm sagen es besteht ein Bund damit er von mir abzieht und Ben Hadad hörte auf den König Asa und sandte seine Heerführer gegen die Städte Israels und schlug Ion und Dan und Abel Beth Maacha und ganz Kinneret samt dem ganzen Land Naphtali als Baeser dies hörte ließ er davon Ab Rama zu bauen und blieb in Tirza der König Asa aber rief ganz Judah zum Dienst auf sodass keiner frei blieb und sie nahmen von Rama die Steine und das Holz weg womit Baeser gebaut hatte und der König Asa baute damit Geber in Benjamin und Mitzpah was aber mehr von Asa zu sagen ist und alle seine Macht und alles was er getan hat und die Städte die er gebaut hat ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Judah doch wurde er in seinem Alter krank an den Füßen und Asa legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids seines Vaters und Josaphat sein Sohn wurde König an seiner Stelle Nadab aber der Sohn Jerobeams wurde König über Israel im zweiten Jahr der Regierung Asas des Königs von Judah und er regierte zwei Jahre lang über Israel und er tat was böse war in den Augen des Herrn und wandelte in dem Weg seines Vaters und in seiner Sünde durch die er Israel zur Sünde verführt hatte aber Baeser der Sohn Achias aus dem Haus Isaschar machte eine Verschwörung gegen ihn und Baeser erschlug ihn in Gibethon das den Philistern gehörte denn Nadab und ganz Israel belagerten Gibethon so tötete ihn Baeser im dritten Jahr Asas des Königs von Judah und wurde König an seiner Stelle und es geschah als er König geworden war da erschlug er das ganze Haus Jerobeams und ließ von Jerobeam nichts übrig was Odem hatte bis er ihn vertilgt hatte nach dem Wort des Herrn dass er durch seinen Knecht Achia von Silo geredet hatte um der Sünden Jerobeams Willen die er tat und zu denen er Israel verführt hatte wegen seiner Herausforderung mit der er den Herrn den Gott Israels zum Zorn heraus gefordert hatte was aber mehr von Nadab zu sagen ist und alles was er getan hat ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel und es war Krieg zwischen Asa und Baeser dem König von Israel ihr Leben lang im dritten Jahr der Regierung Asas des Königs von Judah wurde Baeser der Sohn Achias in Tirza König über ganz Israel und er regierte 24 Jahre lang und er tat was böse war in den Augen des Herrn und wandelte in dem Weg Jerobams und in seiner Sünde durch die er Israel zur Sünde verführt hatte Kapitel 16 Aber das Wort des Herrn erging an Jehu Anis gegen Baeser folgendermaßen Weil ich dich aus dem Staub erhoben und dich zum Fürsten über mein Volk Israel gemacht habe und du in dem Weg Jerobams gewandelt und mein Volk Israel zur Sünde verführt hast so daß du mich durch ihre Sünden erzürnst siehe so will ich die Nachkommen Baesers und die Nachkommen seines Hauses ausfegen und mit deinem Haus verfahren wie mit dem Haus Jerobams des Sohnes Nebats Wer von Baeser in der Stadt stirbt den sollen die Hunde fressen und wer von ihm auf dem Feld stirbt den sollen die Vögel des Himmels fressen was aber mehr von Baeser zu sagen ist und was er getan hat und seine Macht ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel und Baeser legte sich zu seinen Vätern und wurde in Tirza begraben und sein Sohn Ela wurde König an seiner Stelle auch erging das Wort des Herrn durch den Propheten Jehu den Sohn Hananis gegen Baeser und gegen sein Haus um altes bösen Willen das er vor dem Herrn tat indem er ihn durch das Werk seiner Hände erzürnte so daß es wurde wie das Haus Jerobeams und weil er jenes erschlagen hatte Im 26. Jahr der Regierung Asas des Königs von Judah wurde Ela der Sohn Baesas in Tirza König über Israel und regierte zwei Jahre lang und sein Knecht Simri der oberste über die Hälfte der Streitwagen machte eine Verschwörung gegen ihn er aber war in Tirza trank und berauschte sich im Haus Arzars der über das königliche Haus in Tirza gesetzt war und Simri kam hinein und schlug ihn tot im 27. Jahr der Regierung Asas des Königs von Judah und er wurde König an seiner Stelle und es geschah er das ganze Haus Baesas und ließ nichts von ihm übrig was männlich war auch dessen Blut Rächer und Freunde nicht so vertilgte Simri das ganze Haus Baesas nach dem Wort des Herrn das er durch den Propheten Jehu über Baes geredet hatte um aller Sünden Baesas und um der Sünden seines Sohnes Ela willen die sie begingen und durch die sie Israel zur Sünde ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel Im 27. Jahr der Regierung Asas des Königs von Judah wurde Simri König in Tirza sieben Tage lang und das Volk lag vor Gibeton das den Philistern gehörte als aber das Volk im Lager sagen hörte Simri hat eine Verschwörung gemacht und hat auch den König erschlagen da machte am selben Tag das ganze Israel im Lager Omri den Heerführer zum König über Israel und Omri zog von Gibeton hinauf und ganz Israel mit ihm und sie belagerten Tirza und es geschah als Simri sah daß die Stadt eingenommen war ging er in die Burg des Königs hauses und verbrannte sich samt dem Haus des Königs und starb und zwar wegen seiner Sünden die er getan hatte indem Sünde die er beging durch die er Israel zur Sünde verführt hatte was aber mehr von Simri zu sagen ist und seine Verschwörung die er gemacht hat ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel damals teilte sich das Volk Israel in zwei Parteien die eine Hälfte des Volkes hing an Tibni dem Sohn Ginaz um ihn zum König zu machen die andere Hälfte aber hing an Omri aber das Volk das an Omri hing siegte über das Volk das an Tibni dem Sohn Ginaz hing und Tibni starb und Omri wurde König im 31. Jahr der Regierung Asas des Königs von Judah wurde Omri König über Israel und regierte zwölf Jahre lang in Tirza regierte er sechs Jahre er kaufte aber den Berg Samaria von Semer um zwei Talente Silber und baute auf dem Berg und er nannte die Stadt die er baute Samaria nach dem Namen Semers des Herrn des Berges und Omri tat was böse war in den Augen des Herrn und war schlimmer als alle die vor ihm gewesen waren und er wandelte in allen Wegen Jerobiams des Sohnes Nebats und in seinen Sünden durch die er Israel zur Sünde sagen ist was er getan hat und seine Macht die er ausgeübt hat ist das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel und Omri legte sich zu seinen Vätern und wurde in Samaria begraben und Ahab sein Sohn wurde König an seiner Stelle Im 38. Jahr der Regierung Asas des Königs von Judah wurde Ahab der Sohn Omris König über Israel und er regierte Israel und Ahab der Sohn Omris tat was böse war in den Augen des Herrn mehr als alle die vor ihm gewesen waren war es nicht genug daß er in den Sünden Jerobeams des Sohnes Nebats wandelte denn es geschah daß er sogar Isebel zur Frau nahm die Tochter Edbaals des Königs der Zidonia und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn Asherah Standbild so daß Ahab mehr tat was den Herrn den Gott Israels erzürnte als alle Könige von Israel die vor ihm gewesen waren zu seiner Zeit baute Hiel von Bethel Jericho wieder auf es kostete ihn seinen erstgeborenen Sohn Abiram als er seinen Grund legte und seinen jüngsten Sohn Segub als er seine Tore setzte nach dem Wort des Herrn daß er durch Joshua den Sohn Nuns geredet hatte Kapitel siebzehn und Elia der Tisbiter von den Einwohnern Gileads sprach zu Ahab so war der Herr liebt der Gott Israels vor dessen Angesicht ich stehe es soll in diesen Jahren weder Tau noch Regen fallen es sei denn daß ich es sage und das Wort des Herrn erging an ihn folgendermaßen geh fort von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kritt der östlich vom Jordan fließt und du sollst aus dem Bach trinken und ich habe den Raben geboten daß sie dich dort versorgen da ging er hin und handelte nach dem Wort des Herrn er ging und blieb am Bach Kritt der östlich vom Jordan fließt und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend und er trank aus dem Bach es geschah aber nach einiger Zeit daß der Bach vertrocknete denn es war kein Regen im Land da ging das Wort des Herrn an ihn folgendermaßen mache dich auf und geh nach Zarpath das bei Zidon liegt und bleibe dort siehe ich habe dort einer Witwe geboten daß sie dich mit Nahrung versorgt und er machte sich auf und ging nach Zarpath und als er an das Stadttor kam siehe da war eine Witwe dort die Holz sammelte und er rief ihr zu und sprach hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß damit ich trinken kann als sie nun hinging um es zu holen rief er ihr nach und sprach ich bitte dich bring mir auch einen Bissen Brot mit sie sprach so war der Herr dein Gott lebt ich habe nichts gebackenes sondern nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug und siehe Elia sprach zu ihr fürchte dich nicht geh hin und mache es wie du gesagt hast doch bereite mir davon zuerst einen kleinen Brot fladen und bring ihn mir heraus dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas machen denn so spricht der Herr der Gott Israels der Mehl soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden bis zu dem Tag da der Herr es auf den Erdboden regnen lassen wird und sie ging hin und machte es so wie Elia gesagt hatte und er aß und sie auch samt ihrem Haus viele Tage lang der Mehl Topf wurde nicht leer und das Öl im Krug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn das er durch Elia geredet hatte aber nach diesen Ereignissen wurde der Sohn der Frau der Hauswirtin krank und seine Krankheit wurde so schwer daß kein Lebensodem mehr in ihm blieb und sie sprach zu Elia du Mann Gottes was habe ich mit dir zu tun du bist zu mir hergekommen damit an meine Schuld gedacht werde und mein Sohn sterbe er sprach zu ihr gib mir deinen Sohn her und er nahm ihn von ihrem Schoß und trug ihn hinauf in das Obergemach wo er wohnte und legte ihn auf sein Bett und er rief den Herrn an und sprach Herr mein Gott hast du auch über die Witwe bei der ich zu Gast bin so Schlimmes gebracht daß du ihren Sohn sterben läßt und er streckte sich dreimal über das Kind aus und rief zu dem Herrn und sprach Herr mein in dasselbe und es wurde lebendig und Elia nahm das Kind und brachte es von dem Obergemach ins Haus hinab und übergab es seiner Mutter und sprach siehe dein Sohn lebt da sprach die Frau zu Elia nun erkenne ich daß du ein Mann Gottes bist und daß das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist Kapitel 18 und es geschah nach vielen Tagen im dritten Jahr da erging das Wort des Herrn an Elia geh hin zeige dich Ahab und ich will es regnen lassen auf den Erdboden und Elia ging hin um sich Ahab zu zeigen es war aber eine große Hungersnot in Samaria und Ahab rief Obatja seinen Verwalter Obatja aber fürchtete den Herrn sehr denn es geschah als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete da nahm Obatja einhundert Propheten und verbarg sie in Höhlen hier fünfzig und dort fünfzig und versorgte sie mit Brot und Wasser so sprach nun Ahab zu Obatja zieh durch das Land zu allen Wasserquellen und zu allen Bächen vielleicht finden wir Gras um die Pferde und Maultiere am Leben zu erhalten so daß wir nichts von dem Vieh umkommen lassen müssen und sie teilten das Land unter sich auf um es zu durch ziehen Ahab zog allein auf einem Weg und Obatja auch allein auf einem anderen Weg als nun Obatja auf dem Weg war siehe da begegnete ihm Elia und als er ihn erkannte fiel er auf sein Angesicht und sprach bist du es mein Herr Elia er sprach zu ihm ich bin's geh hin und sage deinem Herrn siehe Elia ist hier er aber sprach was habe ich gesündigt daß du deinen Knecht in die Hand Ahabs geben willst damit er mich tötet so war der Herr dein Gott lebt es gibt kein Volk noch Königreich in das mein Herr nicht gesandt hätte um dich zu suchen und wenn sie sagten er ist nicht hier so nahm er einen Eid von jenem Königreich und von jenem Volk daß man dich nicht gefunden habe und du sprichst nun geh hin sage deinem Herrn siehe Elia ist hier wenn ich von dir weg gehe dann könnte es geschehen daß dich der Geist des Herrn hinweg nimmt ich weiß nicht wohin und wenn ich dann komme und es Ahab berichte und er findet dich nicht so wird er mich töten und dein Knecht fürchtet doch den Herrn von Jugend auf ist meinem Herrn nicht berichtet worden was ich getan habe als Isabel die Propheten des Herrn tötete daß ich von den Propheten des Herrn einhundert Männer verbarg hier fünfzig und dort fünfzig in Höhlen und sie mit Brot und Wasser versorg und du sprichst nun geh hin sage deinem Herrn siehe Elia ist hier er wird mich ja töten Elia aber sprach so war der Herr der hier Scharm lebt vor dem ich stehe ich werde mich ihm heute zeigen da ging Obad Yahin Ahab entgegen und berichtete es ihm Ahab aber kam Elia entgegen und als Ahab den Elia sah sprach Ahab zu ihm bist du da der Israel ins Unglück bringt er aber sprach nicht ich bringe Israel ins Unglück sondern du und das Haus deines Vaters weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist wohl an so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera die am Tisch der Isabel essen so sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel da trat Elia vor das ganze Volk und sprach wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken ist der Herr Gott so folgt ihm nach ist es aber Baal so folgt ihm und das Volk erwiderte ihm kein Wort da sprach Elia zum Volk ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn die Propheten Baals aber sind 450 Mann so gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen so will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Feuer daran legen dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen und der Gott der mit Feuer antworten wird der sei der wahre Gott da antwortete das ganze Volk und sprach das Wort ist gut und Elia sprach zu den Propheten Baals erwählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an aber legt kein Feuer daran und sie nahmen den Jungstier den man ihnen gab und bereiteten ihn zu und sie riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen Baal erhöre uns aber da war keine Stimme noch Antwort und sie hüpften um den Altar den man gemacht hatte als es nun Mittag war spottete Elia über sie und sprach ruft laut denn er ist ja ein Gott vielleicht denkt er nach oder er ist beiseite gegangen oder ist auf reisen oder er schläft vielleicht und wird aufwachen und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen bis das Blut an ihnen herab floss als aber der Mittag vergangen war weiß sagten sie bis es Zeit war das Speisopfer darzubringen aber da war keine Stimme noch Antwort noch Aufhorchen da sprach Elia zu dem ganzen Volk tretet heran zu mir als nun das ganze Volk zu ihm trat stellte er den Altar des Herrn der niedergerissen war wieder her und Elia nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs an denen das Wort des Herrn ergangen war du sollst Israel heißen und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben so breit wie für zwei Kornmaß aussaat und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz und er sprach füllt vier Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz und er sprach tut es noch einmal und sie taten es noch einmal und er sprach tut es zum dritten Mal und sie taten es zum dritten Mal und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser und es geschah um die Zeit da man das Speisopfer dar bringt da trat der Prophet Elia herzu und sprach O Herr du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe erhöre mich o Herr erhöre mich damit dieses Volk erkennt dass du Herr der wahre Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf im Graben als das ganze Volk dies sah da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen der Herr ist Gott der Herr ist Gott Elia aber sprach zu ihnen fangt die Propheten bar als daß keiner von ihnen entkommt und sie fingen sie und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort und Elia sprach zu Ahab zieh hinauf isst und trink denn es rauscht als wolle es reichlich regnen und als Ahab hinauf zog um zu essen und zu trinken ging Elia auf den Gipfel des Karmel und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie und er sprach zu seinem Burschen geh doch hinauf und schaue zum Meer hin da ging er hinauf und schaute hin und sprach es ist nichts da er sprach geh wieder hin so geschah es sieben mal und beim siebten mal sprach er siehe es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf wie die Hand eines Mannes da sprach er geh hinauf und sage zu Ahab spanne an und fahre hinab damit dich der Regen nicht zurück hält und es geschah unterdessen da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein gewaltiger Regen Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Israel und die Hand des Herrn kam über Elia und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Israel Kapitel 19 und Ahab erzählte der Isabel alles was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen die Götter sollen mir dies und das tun wenn ich morgen um diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit ihrem Leben und als er das sah machte er sich auf und ging fort um seines Lebens Willen und er kam nach Beersheba das zu Judah gehört und ließ seinen Burschen dort zurück er selbst aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und er kam und setzte sich unter einen Ginster Strauch und er erbat für sich den Tod und sprach es ist genug so nimm nun her mein Leben denn ich bin nicht besser als meine Väter und er legte sich und schlief ein unter dem Ginster Strauch und siehe ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm steh auf und iss und als er sich umsah siehe da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser und als er gegessen und getrunken hatte legte er sich wieder schlafen und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach steh auf und iss denn der Weg ist sonst zu weit für dich und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft dieser Speise vierzig Tage und vierzig Nächte lang bis an den Berg Gottes den Horeb und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht und siehe das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm was willst du hier Elia er sprach ich habe heftig geeifert für den Herrn den Gott der hier scharen denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach mir das Leben zu nehmen er aber sprach komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn und siehe der Herr ging vorüber und ein großer starker Wind der die Berge zerriß und die Felsen zerbrach ging vor dem Herrn her der Herr aber war nicht in dem Wind und nach dem Wind kam ein Erdbeben aber der Herr war nicht in dem Erdbeben und nach dem Erdbeben kam ein Feuer aber der Herr war eines sanften Säuselns und es geschah als Elia dieses hörte da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle und siehe da kam eine Stimme zu ihm die sprach was willst du hier Elia er sprach ich habe heftig geeifert für den Herrn den Gott der hier scharen denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach mir das Leben zu nehmen aber der Herr sprach zu ihm kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram auch sollst du Jehu den Sohn Nimsis zum König über Israel salben und Elisa den Sohn Safaz von Abel Mechola sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle und es soll geschehen wer dem Schwert Hasael entflieht den soll Jehu töten und wer dem Schwert Jehus entflieht den soll Elisa töten Ich aber habe in Israel siebentausend übrig bleiben lassen nämlich alle die ihre knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat und er ging von dort hin weg und fand Elisa den Sohn Safaz der pflügte mit zwölf Joch Rindern vor sich her und er selbst war beim Zwölften und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn er aber verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach lass mich noch meinen Vater und meine Mutter küssen dann will ich dir nachfolgen er aber sprach zu ihm geh hin und komm wieder denn was habe ich dir getan da wandte er sich von ihm und nahm ein Joch Rinder und opferte sie und kochte das Fleisch mit dem Geschirr der Rinder und gab es dem Volk das sie aßen dann machte er sich auf und folgte Elia nach und diente ihm Kapitel 20 und Ben Haddad der König von Aram versammelte seine ganze Heeresmacht und zweiunddreißig Könige waren mit ihm und Pferde und Wagen und er zog herauf und belagerte Samaria und führte Krieg gegen es und er sandte Boten in die Stadt zu Ahab dem König von Israel und ließ ihm sagen so spricht Ben Haddad dein Silber und dein Gold gehört mir und deine schönsten Frauen und Kinder gehören auch mir und der König von Israel antwortete und sprach mein Herr und König wie du gesagt hast ich gehöre dir und alles was ich habe und die Boten kamen wieder und sprachen so spricht Ben Haddad und sagt wohl habe ich zu dir und deine Söhne geben doch will ich morgen um diese Zeit meine Knechte zu dir senden daß sie dein Haus und die Häuser deiner Knechte durchsuchen und was in deinen Augen lieblich ist sollen sie an sich nehmen und fort tragen da rief der König von Israel alle ältesten des Landes zu sich und sprach erkennt doch und seht daß dieser Böses vorhat denn er hat zu mir gesandt um meine Frauen und meine Söhne mein Silber und mein Gold zu fordern und ich habe es ihm nicht verweigert da sprachen alle ältesten und das ganze Volk zu ihm du sollst nicht darauf hören und nicht ein willgen und er sprach zu den Boten Ben Hadats sagt meinem Herrn dem König alles was du deinem zu ihm und ließ ihm sagen die Götter sollen mir dies und das tun wenn der Staub Samarias hinreicht daß jeder von dem Volk das ich anführe nur eine Handvoll davon nimmt aber der König von Israel antwortete und sprach sagt wer das Schwert umgürtet soll sich nicht rühmen wie der der es ablegt und es geschah als Ben Hadat dies hörte und er gerade schelten sie sich auf zum Angriff gegen die Stadt aber siehe ein Prophet trat zu Ahab dem König von Israel und sprach so spricht der Herr hast du diesen ganzen großen Haufen gesehen siehe ich will ihn heute in deine Hand geben und du sollst erkennen dass ich der Herr bin und Ahab fragte durch wen und er sprach so spricht der Herr durch die Knechte der Gebiets Kommandanten und er fragte wer soll den Kampf beginnen und er sprach du da musterte er die Knechte der Gebiets Kommandanten und es waren 232 und nach ihnen musterte er das ganze Volk alle Söhne Israels 7000 Mann und sie zogen aus am Mittag Ben Hadad aber zechte und betrank sich in den Zelten er und die Könige die 32 Könige die ihm zu Hilfe die zu und und sie sprach es sind Männer aus Samaria aus gezogen da sprach er gleich ob sie zum Frieden oder zum Krieg ausgezogen sind fangt sie lebendig jene aber zogen zur Stadt hinaus nämlich die Knechte der Gebiets Kommandanten und das Heer hinter ihnen her und jeder schlug seinen Mann so daß die Aramäer flohen und Israel ihnen nachjagte Ben-Hadad aber, der König von Aram, entkam auf einem Pferd mit den Reitern. Und der König von Israel zog aus und schlug Pferde und Wagen und brachte den Aramäern eine große Niederlage bei. Da trat der Prophet zum König von Israel und sprach zu ihm, Geh hin, stärke dich und erkenne und sieh, was du zu tun hast, denn der König von Aram wird gegen dich heraufziehen, wenn das Jahr vorbei ist. Die Knechte des Königs von Aram nun sprachen zu ihm, Ihr Gott ist ein Gott der Berge, deshalb haben sie uns überwunden, aber laßt uns mit ihnen auf der Ebene kämpfen, gewiß werden wir sie überwinden. Darum handle du so. Setze die Könige ab von ihren Posten und einen Stadthalter an ihrer Stelle. Du aber verschaffe dir ein Heer wie das Heer, das du verloren hast, und Pferde und Wagen wie jene waren, und laß uns in der Ebene gegen sie kämpfen, so werden wir sie gewiß überwinden. Und er hörte auf ihre Stimme und machte es so. Als nun das Jahr vorbei war, musterte Ben Hadad die Aramäer und zog herauf nach Afek, um gegen Israel zu kämpfen. Und die Söhne Israels wurden auch gemustert und mit Lebensmitteln versehen und zogen ihnen entgegen. Und die Söhne Israels lagerten sich ihnen gegenüber wie zwei kleine Herden Ziegen, die Aramäer aber erfüllten das Land. Und der Mann Gottes trat dazu und redete zum König von Israel und sprach, »So spricht der Herr.« Weil die Aramäer gesagt haben, der Herr sei ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Talebenen, so habe ich diese ganze große Menge in deine Hand gegeben, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin. Und sie lagerten sieben Tage lang einander gegenüber. Und es geschah, am siebten Tag kam es zur Schlacht, und die Söhne Israels erschlugen von den Aramäern an einem Tag einhunderttausend Mann Fußvolk. Und die Übriggebliebenen flohen nach Afek in die Stadt, und die Mauer fiel auf die siebenundzwanzigtausend Mann, die übriggeblieben waren. Und Ben Hadad floh auch und ging in die Stadt bis in die innerste Kammer. Da sprachen seine Knechte zu ihm, »Sieh doch! Wir haben gehört, dass die Könige des Hauses Israel barmherzige Könige sind. So laßt uns nun Sacktuch um unsere Länden legen und Stricke um unser Haupt, und laßt uns zum König von Israel hinausgehen, vielleicht läßt er deine Seele leben.« Und sie gürteten Sacktuch um ihre Länden und legten Stricke um ihre Häupter, und sie kamen zum König von Israel und sprachen, »Ben Hadad, dein Knecht, läßt dir sagen, laß doch meine Seele leben.« Er aber sprach, »Lebt er noch? Er ist mein Bruder.« Und die Männer hielten das für ein gutes Vorzeichen und eilten, um sich zu vergewissern, ob er es wirklich so meinte, und sprachen, »Ben Hadad ist dein Bruder.« Er sprach, »Kommt und bringt ihn.« Da ging Ben Hadad zu ihm hinaus, und er ließ ihn auf den Wagen steigen. Und Ben Hadad sprach, »Die Städte, die mein Vater deinem Vater weggenommen hat, will ich dir wiedergeben. Und du kannst dir Märkte in Damaskus anlegen, wie es mein Vater in Samaria getan hat. Ich aber,« antwortete Ahab, »lasse dich unter diesen Bedingungen frei.« Und er machte einen Bund mit ihm und ließ ihn frei. Da sprach ein Mann unter den Prophetensöhnen zu seinem Nächsten durch das Wort des Herrn, »Schlage mich doch!« Der Mann aber weigerte sich, ihn zu schlagen. Da sprach er zu ihm, »Weil du der Stimme des Herrn nicht gehorcht hast, siehe, so wird dich ein Löwe töten, wenn du von mir weggehst.« Und als er von ihm wegging, fand ihn ein Löwe und tötete ihn. Und er fand einen anderen Mann und sprach, »Schlage mich doch!« Und der Mann schlug ihn und fügte ihm durch den Schlag eine Wunde zu. Da ging der Prophet hin und trat an den Weg, auf dem der König kam, und machte sich unkenntlich, indem er den Kopfbund über seine Augen zog. Und es geschah, als der König vorbeiging, da rief er den König an und sprach, »Dein Knecht war in den Kampf gezogen, und siehe, ein fremder Mann trat herzu und brachte einen Mann zu mir und sprach, »Bewache diesen Mann! Wenn er vermisst wird, so soll dein Leben für sein Leben haften, oder du sollst ein Tal ein Silber bezahlen.« Und es geschah, während dein Knecht hier und dort zu tun hatte, da war er verschwunden. Der König von Israel sprach zu ihm, »Genau so soll dein Urteil lauten, du hast es selbst gefällt.« Da nahm er rasch den Kopfbund weg von seinen Augen, und der König von Israel erkannte, daß er einer von den Propheten war. Er aber sprach zu ihm, »So spricht der Herr. Weil du den Mann aus deiner Hand entkommen lassen hast, den ich mit dem Bann belegt habe, soll dein Leben für sein Leben und dein Volk für sein Volk haften.« Und der König von Israel ging missmutig und zornig nach Hause und kam nach Samaria. Kapitel 21 Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jesreelit, hatte einen Weinberg in Jesreel neben dem Palast Ahabs des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach, »Gib mir deinen Weinberg. Ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Haus liegt, und ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist.« Aber Naboth sprach zu Ahab, »Das lasse der Herr fern von mir sein, daß ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte.« Da kam Ahab heim, missmutig und zornig um des Wortes willen, daß Naboth, der Jesreelit, zu ihm gesprochen hatte, »Ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben.« Und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Da kam seine Frau Isabel zu ihm hinein und redete mit ihm, »Warum bist du so missmutig und ist nichts?« Und er sprach zu ihr, »Ich habe mit Naboth, dem Jesreeliten, geredet, und zu ihm gesagt, »Gib mir deinen Weinberg um Geld, oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben.« Er aber sprach, »Ich will dir meinen Weinberg nicht geben.« Da sprach seine Frau Isabel zu ihm, »Zeige jetzt, daß du König über Israel bist. Steh auf und iss etwas und sei guten Muts. Ich will dir den Weinberg Naboth, des Jesreeliten, verschaffen.« Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel, und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Naboth zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen folgendes, »Ruft einen Fasten aus und setzt Naboth obenan unter dem Volk. Und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Belialts, die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen, »Du hast Gott und dem König geflucht.« Und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt.« Und die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Edlen, die in seiner Stadt wohnten, taten, wie Isabel ihnen aufgetragen hatte, wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen zugesandt hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und setzten Naboth obenan unter dem Volk. Da kamen die beiden Männer, die Söhne Belialts, und traten gegen ihn auf und legten Zeugnis ab gegen Naboth vor dem Volk und sprachen, »Naboth hat Gott und dem König geflucht.« Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, so daß er starb. Und sie sandten Botschaft zu Isabel und ließen ihr sagen, »Naboth ist gesteinigt worden und ist tot.« Und es geschah, als Isabel hörte, daß Naboth gesteinigt worden und tot sei, da sprach Isabel zu Ahab, »Steh auf und nimm den Weinberg Naboths des Jesreeliten in Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte, denn Naboth lebt nicht mehr, er ist tot.« Als nun Ahab hörte, daß Naboth tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Naboths des Jesreeliten hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Aber das Wort des Herrn erging an Elia, den Tisbiter, folgendermaßen. »Mache dich auf und geh hinab, Ahab entgegen dem König von Israel, der in Samaria ist. Siehe, er ist im Weinberg Naboths, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Du sollst aber zu ihm sagen, »So spricht der Herr.« »Hast du gemordet und in Besitz genommen?« »Und du sollst weiter mit ihm reden und sagen, »So spricht der Herr. An der Stelle, wo die Hunde das Blut Naboths geleckt haben, sollen die Hunde auch dein Blut lecken, ja, das deinige.« Und Ahab sprach zu Elia, »Hast du mich gefunden, mein Feind?« Er aber sprach, »Ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, das zu tun, was böse ist, in den Augen des Herrn.« »Siehe, ich will Unheil über dich bringen und deine Nachkommen wegfegen, und ich will von Ahab ausrotten, was männlich ist, Mündige und Unmündige in Israel. Und ich will dein Haus machen wie das Haus Jerobeams des Sohnes Nebats und wie das Haus Baesas des Sohnes Achias, um der Herausforderung willen, womit du mich zum Zorn herausgefordert und Israel zur Sünde verführt hast.« Und auch über Isabel redete der Herr und sprach, »Die Hunde sollen Isabel fressen vor der Festungsmauer von Jesreel. Wer von Ahab in der Stadt stirbt, den sollen die Hunde fressen, und wer auf dem Feld stirbt, den sollen die Vögel des Himmels fressen.« Gar niemand war wie Ahab, der sich verkauft hatte, zu tun, was böse war in den Augen des Herrn, wozu seine Frau Isabel ihn anstachelte. Und er verübte sehr viele Gräuel, indem er den Götzen nachfolgte, ganz wie es die Amoriter getan hatten, die der Herr vor den Kindern Israels vertrieben hatte. Als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um seinen Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Da erging das Wort des Herrn an Elia den Tisbiter folgendermaßen, »Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich nun vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten hereinbrechen lassen, erst zu Lebzeiten seines Sohnes will ich das Unheil über sein Haus bringen.« Kapitel 22 Und sie blieben drei Jahre lang ruhig, und es gab keinen Krieg zwischen den Aramäern und Israel. Im dritten Jahr aber zog Josaphat, der König von Judah, zum König von Israel hinab, und der König von Israel sprach zu seinen Knechten, »Wisst ihr nicht, daß Ramoth in Gilead uns gehört? Und wir sitzen still und entreißen es nicht der Hand des Königs von Aram?« Und er sprach zu Josaphat, »Willst du mit mir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen?« Und Josaphat sprach zum König von Israel, »Ich will sein wie du, mein Volk soll sein wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde.« Und Josaphat sprach zum König von Israel, »Befrage doch heute das Wort des Herrn.« Da versammelte der König von Israel die Propheten etwa vierhundert Mann und sprach zu ihnen, »Soll ich nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen, oder soll ich es lassen?« Sie sprachen, »Zieh hinauf, und der Herr wird sie in die Hand des Königs geben.« Josaphat aber sprach, »Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, den wir fragen könnten?« Der König von Israel aber sprach zu Josaphat, »Es gibt noch einen Mann, durch den man den Herrn befragen kann, aber ich hasse ihn, denn er weiß, sagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses, Micha, der Sohn Jimlas.« Josaphat aber antwortete, »Der König rede nicht so.« Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach, »Bring Micha, den Sohn Jimlas, rasch her.« Und der König von Israel und Josaphat, der König von Judah, saßen jeder auf seinem Thron, in königliche Gewänder gekleidet, auf dem Platz am Eingang des Tores von Samaria, und alle Propheten weissagten vor ihnen. Und Zedekiah, der Sohn Kena-Anas, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach, »So spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet hast.« Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen, »Zieh hinauf nach Ramoth in Gilead, und es wird dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben.« Der Bote aber, der hingegangen war, um Micha zu rufen, redete mit ihm und sprach, »Siehe, die Worte der Propheten verkünden einstimmig Gutes für den König, so lass nun dein Wort auch sein wie das Wort eines jeden von ihnen und rede Gutes.« Micha aber sprach, »So wahr der Herr lebt, ich will reden, was mir der Herr sagen wird.« Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm, »Micha, sollen wir nach Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen, oder sollen wir es lassen?« Und er sprach zu ihm, »Zieh hinauf, es soll dir gelingen, denn der Herr wird es in die Hand des Königs geben.« Da sprach der König zu ihm, »Wie oft muß ich dich beschwören, daß du mir nichts als die Wahrheit sagen sollst im Namen des Herrn?« Da sagte er, »Ich sah ganz Israel auf den Bergen zerstreut, wie Schafe, die keinen Hirten haben.« Und der Herr sprach, »Diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim in Frieden.« Da sprach der König von Israel zu Josaphat, »Hab ich dir nicht gesagt, daß er mir nichts Gutes weiß, sagt, sondern nur Böses?« Micha aber sprach, »Darum höre das Wort des Herrn.« Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, »Wer will Ahab betören, daß er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt?« Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, »Ich will ihn betören.« Und der Herr sprach zu ihm, »Womit?« Und er sprach, »Ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten.« Er sprach, »Du sollst ihn betören, und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so.« Und nun siehe, »Der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt, und der Herr hat unheil über dich geredet.« Da trat Zedekiah, der Sohn Kena-Anas, herzu und gab Micha einen Backenstreich und sagte, »Ist etwa der Geist des Herrn von mir gewichen, um mit dir zu reden?« Micha aber sprach, »Siehe, du wirst es sehen an dem Tag, an dem du in die innerste Kammer gehen wirst, um dich zu verbergen.« Da sprach der König von Israel, »Nimm Micha und führe ihn wieder zu Amon, dem Obersten der Stadt, und zu Joas, dem Sohn des Königs, und sage, so spricht der König, legt diesen in den Kerker und speist ihn mit Brot der Drangsal und mit Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme.« Micha aber sprach, »Wenn du in Frieden wiederkommst, dann hat der Herr nicht durch mich geredet.« Und dann sagte er, »Hört es, ihr Völker alle!« Da zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Judah, hinauf nach Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, »Ich will verkleidet in den Kampf ziehen, du aber ziehe deine Gewänder an.« So verkleidete sich der König von Israel und zog in den Kampf. Aber der König von Aram hatte den 32 Obersten über seine Streitwagen geboten und gesagt, »Ihr sollt weder gegen Kleine noch Große kämpfen, sondern nur gegen den König von Israel.« Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen Josaphat sahen, da sprachen sie, »Gewiß ist dieser der König von Israel!« und sie wandten sich zum Kampf gegen ihn und Josaphat schrie. Und es geschah, als die Obersten der Streitwagen sahen, daß er nicht der König von Israel war, da ließen sie von ihm ab. Ein Mann aber spannte den Bogen aufs Gerate wohl und traf den König von Israel zwischen den Tragbändern des Panzers und dem Panzer. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, »Wende um und bringe mich aus dem Heer, denn ich bin verwundet!« Aber der Kampf wurde immer heftiger an diesem Tag. So blieb der König auf dem Streitwagen stehen, den Aramäern gegenüber, und er starb am Abend, und das Blut floß von der Wunde mitten in den Streitwagen. Und als die Sonne unterging, ertönte der Ruf durch das Lager, »Jeder Mann gehe in seine Stadt und in sein Land!« Und so starb der König, und er kam nach Samaria, und man begrub den König in Samaria. Und als man den Streitwagen beim Teich von Samaria wusch, da leckten die Hunde sein Blut, während die Huren dort badeten, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Was aber mehr von Ahab zu sagen ist, und alles, was er getan hat, und das elfenbeinerne Haus, das er baute, und alle Städte, die er erbaut hat, steht das nicht geschrieben im Buch der Chronik der Könige von Israel? So legte sich Ahab zu seinen Vätern, und Ahasja, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Josaphat aber, der Sohn Asas, war König über Judah geworden, im vierten Jahr der Regierung Ahabs des Königs von Israel. Und Josaphat war fünfunddreißig Jahre alt, als er König wurde, und er regierte fünfundzwanzig Jahre lang in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Asuba, eine Tochter Silhis. Und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon, indem er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Doch kamen die Höhen nicht weg, denn das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und Josaphat schloß Frieden mit dem König von Israel. Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist, und seine Macht, die er ausgeübt und wie er gekämpft hat, ist das nicht aufgezeichnet im Buch der Chronik der Könige von Judah? Er rottete auch die noch übrigen Tempelhure aus dem Land aus, die zur Zeit seines Vaters Asa übrig geblieben waren. Und es gab damals keinen König in Edom, ein Stadthalter regierte. Und Josaphat hatte Tarsis Schiffe machen lassen, die nach Ophir fahren sollten, um Gold zu holen, aber sie fuhren nicht, denn sie zerschellten in Etzion Geber. Damals sprach Ahasja, der Sohn Ahabs, zu Josaphat, »Lass meine Knechte mit deinen Knechten auf den Schiffen fahren.« Josaphat aber wollte nicht. Und Josaphat legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben bei seinen Vätern in der Stadt Davids, seines Vaters. Und Joram, sein Sohn, wurde König an seiner Stelle. Ahasja, der Sohn Ahabs, wurde König über Israel in Samaria im siebzehnten Jahr der Regierung Josaphats, des Königs von Judah, und er regierte zwei Jahre lang über Israel. Er tat, was böse war in den Augen des Herrn und wandelte auf dem Weg seines Vaters und seiner Mutter und auf dem Weg Jerobeams des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Und er diente dem Baal und betete ihn an und er zürnte den Herrn, den Gott Israels, ganz wie es sein Vater getan hatte. Und er wurde von der Iná� von der Iná� und er niedrig ausHelm und er impedirem Und er ist